Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 435. Mein Name ist René Außerdem, heute mit dabei der wunderbare Marvin. Hi, hallo. Die wunderbare Patricia. Hallo. Und der großartige Duke. Ja, servus, hallo. Sehr schön. Wir haben heute ein extrem volles Themenprogramm, wie ihr euch da draußen wahrscheinlich vorstellen könnt, liebe Hörerinnen und Hörer. Deswegen haben wir die Aufnahmen ein bisschen nach vorne gezogen. Bevor wir gleich uns umfassend mit der Thematik Hütter und Wolfsburg und Gladbach und dem ganzen Krimskrams beschäftigen, natürlich wie immer ein bisschen Housekeeping. Ja, diese Woche geht der Dank stellvertretend an den Simon, der gestern mit einer Spontanspende um die Ecke kam. Vielen, vielen Dank, Simon. Und normalerweise sage ich ja an dieser Stelle immer, wie toll ihr uns unterstützt und Lob an euch alle da draußen. Aber wenn ich mir die Zahlungen in dem Monat angucke, dann ist das nicht mehr so toll. Deswegen höre ich jetzt auf euch zu. Nee, Spaß. Ihr unterstützt uns immer noch. Vielen Dank dafür, dass ihr hier dieses Programm am Leben haltet. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie ihr uns unterstützen könnt, dann geht ihr mal auf eintracht-podcast.de und da gibt es eine Support-Seite und da findet ihr alles, wie ihr uns unterstützen könnt, damit wir so wunderbare Diskussionen führen können, wie wir sie jetzt führen, nämlich rund um die Causa Hütter. Also es hatte sich ja so ein bisschen angedeutet, die ganzen, ich nenne es jetzt nicht Verschwörungstheorien, aber diese ganzen Mutmaßungen verdichteten sich immer mehr und über das Wochenende wurden sie immer konkreter bis hin dann, dass die, ich glaube die Bild-Zeitung war es zuerst oder war es der Kicker? Ich glaube der Kicker war zuerst in der i-Ausgabe und dann die Bild-Zeitung kurz danach mit so einem klassischen Sportzeiten-Headline-Artikel, dass Hütter und Gladbach sich einig wären und heute haben dann auch beide Vereine entsprechend bestätigt, dass Adi Hütter ab dem Sommer 2021 nicht mehr Cheftrainer bei Eintracht Frankfurt sein wird, sondern den Cheftrainerposten bei Borussia Mönchengladbach begleitet. Und aus meiner Sicht sind da so unterschiedliche Ebenen drin, die ich gerne nacheinander mit euch durchgehen würde, nämlich einmal das Sportliche und was bedeutet das für uns jetzt im Verlauf der Saison? Dann die Frage rund um die Kommunikation und Bekanntgabe, wie zufrieden sind wir damit und gibt es da vielleicht für die Zukunft Verbesserungspotenzial? Ich habe gehört, Patricia hat da in der Historie gekramt und hat eine alte auf Twitter veröffentlichte Doktorarbeit dazu rausgesucht. Und dann ist die Frage, was ist die Lösung jetzt für die Zukunft, weil wir müssen ja da nicht nur gucken, Hütter, sondern auch nach wie vor noch diese Frage mit Bobic klären. Das sind so die drei Themen. Lass uns vielleicht mal mit dem Sportlichen anfangen. Wie gesagt, Hütter verlässt den Verein im Sommer und die Eintracht kriegt immerhin, so wie es jetzt berichtet wurde, eine doch, ich würde es mal stattliche Ablösesumme bekommen. Warum? Weil es gibt eine Ausstiegsklausel in dem laufenden Vertrag, die vorsieht, für einen Nicht-Champions-League-Verein bekommen wir siebeneinhalb Millionen, was ich schon eine ganz ordentliche Ablöse finde für einen Trainer, oder Marvin? Das ist brutal, ja. Also ich finde schon, dass sie 7,5 Millionen gerade in diesen Zeiten natürlich heftig sind. Das ist natürlich schon eine krasse Nummer. Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, also wirklich auch einer der höchsten Summen, die bezahlt wurden für Trainer jemals. Ich finde das natürlich ein bisschen Schmerzensgeld natürlich jetzt auch in Ordnung. Aber irgendwie tut mir leid, ich kann halt noch gar nicht so wirklich das rein aufs Finanzielle runterbrechen, weil natürlich ist das gerade jetzt jung. Es ist viel Geld und es ist auch ein bisschen ein Eingeständnis, dass Gladbach halt genau den Bitch-Move gemacht hat, den sie vor ein paar Wochen noch kritisiert haben. Weil es ist halt genau das, vor ein paar Wochen hast du die Schreie gehört, wo es um Rose ging, wie kann man das mitten in der Saison machen, wir haben noch solche Ziele und jetzt macht es Gladbach genauso. Ich weiß, es ist das Geschäft und das ist vielleicht so das, was das Ganze vergüten soll, aber ich muss sagen, es ist trotzdem bitter. Es ist trotzdem bitter und ja, diese 7,5 Millionen werden uns definitiv helfen. Allein sei es für das Gehalt des künftigen Trainers, wir brauchen einen Trainerstab, der wird sich ja auch ausweiten, darüber können wir gleich noch sprechen, der geholt werden muss. Das sind alles die Punkte, das kann ich nachvollziehen und gerade in der Corona-Zeit sind 7,5 Millionen viel Geld, aber irgendwie Geld ist nicht alles. Die spannende Frage ist ja wirklich, was bedeutet das jetzt sportlich für uns, für den Verlauf der Saison, du hast gesagt, die Information kommt jetzt so quasi mittendrin. Wir sind jetzt im Endspurt, es geht halt für die Mannschaft um viel, für den Trainer wird es auch noch um ein bisschen was gehen, weil der will natürlich jetzt eigentlich auch nicht in seinem Lebenslauf stehen haben. Man hatte die Möglichkeit, einen Verein in die Champions League zu führen und hat es dann auf den letzten sechs Metern irgendwie verkackt. Das wäre auch so eine blöde Zeile in so einem Lebenslauf, aber für die Spieler ist es natürlich nochmal wichtiger. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, was heißt in der Vergangenheit, jetzt die ganzen Gerüchte, die hochkamen mit Bobic, mit Hübner, mit Hütter, auch was ja dann sich schon so ein bisschen angedeutet hat, dass die Mannschaft das nicht wirklich interessiert hat und sie es halt einfach quasi entgegengenommen hat und gesagt hat, ja, aber Fußball sind die 90 Minuten auf dem Platz und wir wollen hier die Punkte irgendwie heimfahren. Glaubt ihr, dass das in dem Moment, wo es jetzt von Gerücht auf Tatsache geschwenkt ist, was an dieser Situation ändert, Patricia? Ich weiß nicht genauer. Also ich denke, erstens ist Hütter professionell genug, das jetzt durchzuziehen und irgendwie weiterhin die Mannschaft auf Hochtouren laufen zu lassen. Andererseits weiß ich halt nicht, inwiefern die Mannschaft, ja, davor sich das halt, als es noch keine Tatsache war, sich halt nicht so ablenken lassen hat. Und jetzt weiß ich nicht, es gibt einzelne Spieler, die hängen wahrscheinlich sehr an Hütter, beziehungsweise die haben in Hütter ihren Förderer gefunden. Die wird das ja dann wahrscheinlich anders betreffen, als vielleicht andere Spieler, die da nicht so abhängig sind. Alles in allem denke ich aber, auch als Spieler hast du ja Ziele und weiß ich nicht, ob jetzt meinetwegen André Silva, der vielleicht selbst schon für den Sommer irgendwie was anderes plant, weiß man ja nicht, sich davon abbringen lässt, da jetzt irgendwie was Großes zu erreichen. Oder generell für so viele Spieler wäre das die erste Champions-League-Teilnahme. Ich glaube, da sind auch in der Mannschaft genug Interessen vorhanden, die Saison ordentlich zusammen, ordentlich zu Ende zu spielen. Weshalb ich hoffe zumindest, dass sich da jetzt nichts zusammenbraut und man da jetzt so einen Absturz sieht, wie jetzt bei Gladbach zum Beispiel. Apropos Gladbach, auch sehr, sehr unschöner Zeitpunkt jetzt direkt vorm direkten Duell. Das finde ich auch ein bisschen unpassend gewählt, aber gut, das ist nun mal jetzt so. Alles in allem glaube ich, hoffe ich nicht, dass die Mannschaft sich davon sehr beeinflussen lässt, eben weil viel auf dem Spiel steht. Und ja, es ist, glaube ich, nicht so trainerabhängig, wie man letztendlich dann denkt. Ja, wie du schon gesagt hast, Hütter an sich ist auch professionell, der will das Ding jetzt auch noch irgendwie sauber zu Ende bringen. Und eben, wir haben viele Spieler, für die das halt auch ein großer nächster Schritt in ihrer Karriere wären. In Kamada, der da vielleicht auch nochmal eine Chance haben will. In Kostic, der endlich irgendwie in der Champions League spielen will. Und selbst, wenn es einfach nur darum geht, im Sommer an die Bewerbung an einen anderen Verein nochmal irgendwie zweieinhalb Millionen auf so ein Preisschild irgendwie draufzuschlagen, macht das ja auch schon mal viel aus. Also ich glaube, von Spielerseite ist da ausreichend Motivation. Ja, man weiß halt nicht, wie tief die Enttäuschung sitzt. Also ich fand halt, bei Gladbach war das ja sehr, sehr deutlich, dass einige Spieler gesagt haben, sie waren sehr, sehr überrascht und sehr enttäuscht auch von den Aussagen von Rose und was jetzt letztendlich dann passiert ist. Und ich hoffe, dass es bei der Eintracht einfach nicht so, dass es vielleicht auch schon intern offener war, als wir denken. Oder dass zumindest die Spieler da jetzt nicht so hart davon getroffen werden. Es ist aber ja definitiv ein total krasser Stoß in das Fußball-Romantiker-Herz, oder? Also ich muss ja wirklich sagen, dann fängst du auch wieder an mit dieser Diskussion. Er sagt, ich bleibe. Dann wird das immer, er scheut die richtige Zusage. Dann lesen wir jetzt heute auf der offiziellen Seite jetzt auch noch offiziell bestätigt vorm Gladbach-Spiel, weil ich auch wirklich, Patrizia, da gehe ich voll mit dir, super unglücklich finde. Denn ich habe da auch schon Stimmen gehört, ah, dann musst du ja eigentlich jetzt sofort handeln, Hütter entlassen, so ungefähr. Ja, aber das ist ja auch wieder, also sind wir denn erstmal bei der Frage, sind wir denn bei dem Sportlichen jetzt durch? Hat das jetzt irgendwelche Ausdrückungen? Sind wir, finde ich, noch nicht, wir sind noch nicht durch, weil ich finde schon, die sportliche Sicht, ihr habt es schon sehr gut ausgeführt, dass das normalerweise als Einzelposten, wahrscheinlich im Fußballgeschäft ist es so, es wechselt und so weiter. Diese ganze Masse an Unruhe, du musst ja wirklich sagen, das haben sie super wegmoderiert, wir haben ja schon darüber gesprochen, über Kasa Bobic und so weiter. Jetzt hast du aber noch einen Volltreffer, da haben wir ja auch schon darüber gesprochen vorhin im Vorgespräch, weiß jetzt gar nicht, ob wir es hier in der Sendung jetzt schon hatten, wer da halt auch alles mitgeht. Das sind natürlich auch Personalien, die dann weggehen, Trainerteam und so weiter, Co-Trainer-Team, das ist schon. Vielleicht das noch der Vollständigkeit halber, es wurde zumindest offiziell von der Eintracht, habe ich es jetzt noch nicht gesehen, aber laut HR-Informationen gehen eben der Co-Trainer Christian Peintinger zusammen mit Adi Hütter nach Gladbach und auch Armin Reutershahn, der ja jetzt seit zehn Jahren als Co-Trainer bei der Eintracht auf der Bank gesessen hat, was ich schon so ein bisschen überraschend finde, weil gerade von ihm hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er jetzt quasi dort direkt mitgeht. Also schon ein größerer Umfang an Umbau, den man dann da jetzt machen muss. Das ist ein krasser Umbau und das muss man wirklich sagen, das ist einfach die Masse, das sind alles Einzelpositionen, das hättest du super und hast ja auch die Eintracht bis jetzt super hinbekommen. Ich hoffe auch, dass die Eintracht es weiterhin hinbekommt, das so cool und lässig abzuschütteln und naja, dann gucken wir und jetzt spielen wir erstmal die Saison ordentlich fertig. Auch die Aussage, dass ein Hütter, ich hoffe auch, dass Hütter und er ist auch denke ich so professionell, dass er jetzt hier weiterhin den Job genauso macht wie vorher. Die Frage ist natürlich, inwieweit die Spieler wirklich da eine gewisse, ja einfach, dass er sie noch so erreicht wie vor dieser offiziellen Darstellung. Wir alle wissen nicht, was inoffiziell schon gelaufen ist, was inoffiziell da auch durchgedrungen ist. Vielleicht hat die Eintracht das auch sehr gut hinbekommen, einfach diesen ganzen Bla-Bla-Mist, der dann eben jeden Tag steht irgendwas in irgendeiner Zeitung, da könnte es die Spieler ständig verrückt machen. Aber das haben sie ja wirklich sehr gut anscheinend hinbekommen, weil die Performance war ja wirklich gut. Ich habe tatsächlich, das werden wir aber erst tatsächlich bewerten können, nachdem wir so nächste Woche gerade bei so einem Schlüsselspiel wie gegen Gladbach, wo es ja ständig präsent ist, wenn da die Leistung kommt und alle beteiligten nichts, mache ich mir weniger Sorgen für den Rest der Saison. Ich könnte mir aber vorstellen, dass gerade jetzt am nächsten Wochenende wir eventuell in Effekt sehen, hoffentlich nicht, sportlich wäre es natürlich schon echt bitter, denn du musst jetzt eigentlich, Gladbach ist so ein Spiel wieder, wäre schon wichtig, da nochmal zu punkten. Ich mache mir halt Sorgen, was ist, wenn man jetzt gegen Gladbach verliert, im schlimmsten Fall, das aber gar nicht an Hütter lag. Also es kann ja mal sein, dass es einfach ein Hänger macht. Das ist halt genau das Thema, das sehe ich halt auch. Du kannst gegen Gladbach verlieren. Und dann wird das halt herbeigeschrieben. Genau, du kannst halt gegen Gladbach verlieren. Die haben jetzt auch keine totale Gurkenmannschaft. Ich meine, die haben immerhin einen Plea, einen Thüram da vorne drin, die ja durchaus auch Fußball spielen können. Das haben sie ja immer mal wieder bewiesen. Und am Ende ist es halt dann auch eine, ja, hingeschrieben, aber halt eben auch eine einfach zu nehmende Ausrede. So nach dem Motto, ja, wir haben ja jetzt nicht verloren, weil wir spielerisch kacke waren, sondern weil halt eben äußere Umstände. Ja, auch was das dann auslöst die nächsten Wochen. Also dann wird ja wieder gezweifelt, hat Hütter das extra gemacht oder nimmt er das noch ernst? Nehmen die Spieler das noch ernst? Nehmen die Spieler so zerrissen davon, dass es, also was dann da alles halt stehen wird. Und ich weiß halt nicht, das schafft dann nochmal extra Anruhe für die, für die nächsten Wochen. Weiß nicht, ob wir es gebrauchen können. Klar, das könntest du halt komplett vom Tisch räumen, wenn es, wenn es jetzt gut ausgeht am Wochenende. Wenn die Eintracht da jetzt 3-0 gewinnt, wird keiner mehr drüber reden. Und dann wird es heißen, ja, alle sind fokussiert und die erreichen ihre Ziele. Aber das ist, das Spiel ist halt noch nicht gespielt. Ja, genau. Und dann hast du halt eben durch diese, durch diese Aussage, die ja dann jetzt heute kam, mit, dass, ja, hier Peitinger und Reuters Hahn auch gehen könntest. Du ja dann noch nicht mal den Move machen und sagen, wir stellen den Cheftrainer jetzt frei und für die letzten 6 Spieltage übernimmt irgendwie der Co-Trainer, weil da hast du dasselbe. Ja, ganz ehrlich, ich habe jetzt ja, bin ja wieder rausgeflogen, tut mir leid, ihr Lieben. Alles gut. Aber ganz kurz, ich würde ganz kurz was zu sagen, weil die Patricia hatte vorhin gemeint, man weiß nicht genau, ob das was ausmacht oder ob das eher nichts ausmacht. Es ist genau das, ne, du hast diese zwei Ebenen. Auf der einen Seite kann es natürlich jetzt vollkommen so sein, dass die Mannschaft sich überhaupt nicht beenden lässt. Die wollen die Champions League, was die Patricia gesagt hat, dass die in die Champions League wollen, dass sie Gas geben wollen. Die wollen dieses unfassbare Ereignis erringen. Sie wollen die Champions League erreichen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil die letzten Wochen waren schon komplett krass against all odds, wo wir diese Thematik hatten bezüglich Bobic, wo es immer wieder Ungenauigkeiten gab, wo wir gedacht haben, scheiße, das kann eine Mannschaft auch rausbringen, hat sie nicht rausgebracht. Allein die Tatsache, dass wir irgendwie viele Verletzte hatten. Aber es kann halt auch sein, dass das jetzt, da müssen wir ganz genau drauf achten und darauf müssen die Verantwortlichen drauf achten, dass wenn du merkst, hier gibt es Abstimmungsprobleme, hier gibt es Probleme, dass die Mannschaft sich ein bisschen wegbewegt hat, dann müssten wir, ich würde ihn nie feuern, ganz ehrlich, das ist kein smarter Move, mach das jetzt nicht, geh mit ihm durch die Saison und beende die Saison mit ihm. Aber wenn ich merke, dass das Band irgendwie zerrissen ist, keine Ahnung, vielleicht sollten die Fans dann, auch wenn das nicht im Stadion möglich ist, aber irgendwie sollten die Fans das Zeichen setzen, wir sind immer noch bei euch, da kann der Trainer gehen, aber wir bleiben. Und zwar, weißt du, ganz ehrlich, man könnte es ja theoretisch so machen, dieses geflügelte Wort, ich bleibe, was Hütter erwähnt hat, ihr wisst euch noch. Ja, ich erinnere mich. Da könnte man wirklich so eine Kampagne draus machen von den Fans, Hashtag ich bleibe, denn die bleiben wirklich, Hashtag ich bleibe und wir setzen uns dafür ein, dass wir gemeinsam dieses unfassbar große Ziel Champions League erreichen. Ich glaube, das wäre sowieso ganz geil, dass du ein geflügeltes Wort machst, weil die ganzen Fans, die bleiben bei der Eintracht, die bleiben in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderte, ja keine Ahnung, je nachdem wie alt du bist, also die wird es immer weiter geben. Und ich glaube, wenn man merkt, es gibt halt diese Bewegungen, dass die Mannschaft nicht mehr ganz so nah beim Trainer ist, es gibt kleine Unstimmigkeiten, dass dann, dann müssen vielleicht wirklich die Fans auf dem Trainingsplatz erscheinen und denen ein bisschen Mut machen, weil es ist, du bist so nah dran an einem unfassbaren Erfolg und den können wir uns jetzt nicht kaputt machen lassen. Es wäre halt echt fatal, wenn das jetzt wegen so einer Kinderkacke da jetzt dann in die Binsen geht, weil halt man sich davon zu sehr hat beeinflussen lassen. Ja, und ich meine, du hast eben angesprochen, du hast eben Reutersan angesprochen, da will ich auch nochmal ganz kurz was zu sagen, weil das ist ehrlich gesagt gar nicht zu gering zu schätzen, man spricht immer darüber so Co-Trainer und die ist das, der Typ ist halt ja seit, right about 10 Jahren bei der Eintracht, der ist seit 10 Jahren bei der Eintracht, der hat jetzt erst neu gebaut hier in Frankfurt und das ruft für mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen die Frage hervor, was steckt da dahinter, weil das Reutersan geht, ist wirklich eine größere Nummer, das macht sich natürlich nicht als, nicht unfassbar nur auf dem Platz bemerkbar, aber wirklich den Schritt zu gehen und zu sagen, ich fange in Gladbach an, obwohl ich eigentlich mein Setting zu Hause habe hier in Frankfurt, finde ich schon eine krasse Kiste. Ja, und das führt mich dann ja auch irgendwie so ein bisschen zu der Frage, ohne jetzt hier zu sehr auch in irgendwelche Spekulationen abzudriften, aber wieso jetzt dieser Move, wir haben ja in der, hatten wir letzte Woche oder vorletzte, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau, drüber gesprochen, wo wir ja auch gerätselt haben, so warum geht oder warum sollte Hütter nach Gladbach gehen? Ist das wirklich ein so viel größerer Schritt, eine so viel größere Weiterentwicklung? Basti hat ja immer wieder so dieses Bild dieser Glasdecke, wo er sagt, okay, Gladbach ist uns ein paar Jahre voraus, aber die sind auch schon ziemlich weit in dem maximalen Level ihrer Entwicklung, da ist nicht mehr so viel. Die werden vielleicht noch Champions-League-Teilnehmer oder eher vielleicht nochmal wieder als die Eintracht, aber zum deutschen Meister wird es halt nicht reichen, wohingegen wir gerade eben erst am Anfang stehen, da ist noch viel mehr Potenzial drin, also wo ist dieser Mehrwert für Hütter, da jetzt nach Gladbach zu gehen? Und wenn jetzt ein Trainer, der zwar nur Co-Trainer war, aber eine gestandene Persönlichkeit in diesem Vereinskonstrukt Eintracht Frankfurt, der, wie du gerade sagst, hier sich auch gerade einen neuen Heimbereich geschaffen hat, jetzt auch wechselt, dann stellt sich mir so ein bisschen die Frage, ist da vielleicht doch irgendwie mehr kaputt, als man jetzt von außen so wahrnimmt, dass da jetzt so viele quasi gehen. Versteht ihr, was ich meine? Klar, aber eine Antwort habe ich nicht wirklich drauf. Vorhin war natürlich auch von der Patrizia ein Einwurf, dass, glaube ich zumindest von Patrizia kam, dass so ein Trainer, wenn ein neuer Trainer kommt und eine neue, vielleicht ist das auch auch schon alles weiter gediegen oder weiter entsprechend entwickelt, als wir das alle sehen, dass da jemand kommt, der eben sagt, ganz klar, mit euch, die ihr hier seid, kann ich nichts anfangen, wird ein harter Schnitt gemacht, der neue, was weiß ich, Sportdirektor und neuer Trainer macht dann vielleicht hier entsprechend sein, will seine Leute unterbringen und stellt klare Forderungen und dann kann es natürlich sein, dass damit gesagt wird, okay, die Arbeit mit Hütter hat sehr gut geklappt, wir gehen mit Hütter mit, wenn er uns dabei haben will und das ist ja anscheinend so, also so könnte ich es mir auch vorstellen, dass einfach diese Gespräche mit dem Nachfolger schon viel weiter, dass das jetzt offiziell erst gemacht wurde. Ne, glaube ich nicht. Sorry, wenn ich da reingehe, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde, gehe ich fest davon aus, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, die Eintracht hätte den Reutershahn nie von sich aus weggekegelt, das ist eine Entscheidung, die er für sich getroffen hat. Und im Zweifel hätten die dem einen Jugendjob gegeben, irgendwas. Also, der ist ja wirklich auch sehr, sehr gut verwurzelt in Frankfurt, das ist ja auch menschlich. Ist das, und das muss man ganz klar sagen, ein absoluter Verlust, der ist in dieser Vereinsebene noch mehr als alle anderen, weil der halt schon so lange dabei ist, weil der auch schwierige Zeiten mit der Eintracht mitgemacht hat, ist der sehr, sehr fest verwurzelt. Und dass der jetzt geht, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und das macht er eher aus freien Stücken heraus, weil ich habe das Gefühl, dass die Eintracht leider, und darüber können wir gleich nochmal sprechen, noch gar nicht so weit ist. Jetzt schon über nachfolgende Trainer zu sprechen. Ich glaube, diese Suche, die wird erst beginnen, beziehungsweise wir werden ja gleich noch über potenzielle Nachfolger sprechen. Aber das ist alles noch, glaube ich, gar nicht so weit fortgeschritten. Deswegen, ich glaube eher, also der Optimalfall könnte sein, dass er so wunderbar mit Hütte harmoniert hat und er jetzt gemeinsam mit ihm diese neue Chance sucht. Das kann ich mir nur vorstellen. Ja, aber dann trotzdem stellt sich die Frage, hatte die Eintracht kein Gegenangebot, was sie ihm geben konnte? Ich habe jetzt gerade, als du das gesagt hast, musste ich wieder daran denken an, ich glaube, letzte Woche war das im Heimspiel, wo ja auch die Steffi Jones da ja war, die ja auch gesagt hat, sie hat mal eine Zeit lang eben quasi als Trainerin da über die Schulter geschaut und hat quasi ja nicht von Armin Fee, sondern halt eben von Reutershahn da ganz viel gezeigt bekommen, erklärt bekommen. Also der ist einfach schon eine wichtige Person, auch gerade, wenn du jetzt siehst, es kann ein neuer Trainer kommen, wäre das auch so die erste Person, die ich dann da hinstellen würde und sagen würde so, okay, du kennst hier die ganzen Abläufe, Strukturen etc. Das wäre der ideale Mensch, um auch so einen neuen Trainer in die Gegebenheiten vor Ort irgendwie hineinzubringen, weil er eben so viel Erfahrung hat, weil er eben so lange da ist. Also ich glaube nicht, dass die Eintracht das tatsächlich dann auch gemacht hätte. Und ich frage mich ernsthaft, hatte man kein Angebot, was man ihm geben konnte, was ihn zum Bleiben überredet hat. Ja, also ich glaube, es hört sich alles so an. Und es hört sich so an, als muss man sagen, dass Hütter in Verbindung auch mit Reutershahn und Co., dass das Angebot von Gladbach, Patrizia, korrigiere mich, aber das scheint sehr, sehr lukrativ gewesen zu sein. Ja, vermutlich. Ja, auch wenn man hört ja Gegenteiliges von Gladbach-Fans, dass die sagen, ach nee, so viel Geld wird er hier auch nicht verdienen können. Ja, gut, aber wenn die jetzt schon siebeneinhalb Millionen ablösen, für einen Trainer bezahlen. Das habe ich mir dann auch gedacht. Dann sparen die nicht irgendwie 2,50 Mark am Gehalt pro Woche ein. Sehr gut. Die werden finanziell schon gut genug aufgestellt gewesen sein, um da ein ordentliches Angebot hinzulegen, wenn sie auch der Eintracht 7,5 Millionen geben können. Das wird sein. Das wird auch wahrscheinlich eine Rolle gespielt haben. Ob das die einzige Rolle war, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber das wird schon da mit in die Entscheidungsfindung reingespielt haben, dass du halt dort einfach besser verdienst. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und ich kann mir auch vorstellen, und dann kommt so ein bisschen die Schadenfreude schon hoch, die ich dann so in zweieinhalb, drei Jahren vielleicht auspacke. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Hütter in seinem neuen Vertrag, den er bei Gladbach hat, der geht irgendwie jetzt zwei Jahre mit irgendwie einer Option nochmal für ein weiteres Jahr. Habe ich das richtig im Kopf? Ja. Dass der mit Sicherheit da auch eine Ausstiegsklausel drin haben wird und dann Gladbach eher so als, ich sag mal, ein Nährboden für den nächsten Schritt auch gedacht ist und der dann in zwei oder drei Jahren zu irgendeinem Verein, entweder zu einem größeren Verein in Deutschland oder sogar ins Ausland wechselt. Also der wird da jetzt auch keine 15 Jahre bleiben. 100%. Das ist aber auch das, was mich so ein bisschen irritiert an dem ganzen Wechsel, weil ich Hütter da auch irgendwie nicht langfristig sehe bei Gladbach. Aber um wirklich was Großes mit Gladbach zu erreichen, also wirklich groß. Ich meine, Champions-League-Teilnahme hatten die jetzt schon. Der nächste Schritt wäre vielleicht regelmäßig, Champions League zu spielen und dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Meisterschaft anzugreifen oder so oder zumindest ein Kandidat auf die Meisterschaft zu sein. Ich glaube, da brauchen die auch vor allem jetzt durch Corona noch ein paar Jahre. Also ich glaube halt nicht, dass das jetzt schon im nächsten Jahr möglich sein wird. Von daher sehe ich irgendwie einfach nicht die Zeit für Hütter da, was großartig aufzubauen, weshalb ich halt diesen Schritt einfach nicht so gut nachvollziehen kann. Ich glaube, es geht auch tatsächlich nicht um Aufbau, sondern das ist jetzt von all den Jahren, wo die Entwicklungskurve, die er als Trainer mit den Mannschaften gemacht hat, konsequent immer nach oben ging. Ist das jetzt so eine Treppenzeit, wo er mal so zwei Jahre Beständigkeit, regelmäßige Erfahrungen mit internationalen Spielen, Champions League etc., um quasi seine Vita zu festigen, um dann den nächsten Schritt zu machen. Da geht es jetzt nicht um nächstes Level, nächstes Level, sondern wir machen mal hier zwei Jahre Konstanz und dann den nächsten Schritt. Das ist meiner Meinung nach der Plan dahinter. Und den lässt er sich wahrscheinlich mit einem ordentlichen Salär pro Jahr da auch noch gut bezahlen. Ganz spekulativ, sorry, ganz spekulativ, ist es vielleicht auch so, dass er immer auf den Höhepunkt gehen will, damit nicht dieser Abfall dann kommt. Also was ist, wenn er jetzt die Champions League erreicht und die Eintracht danach halt nicht mehr so eine Bombensaison spielt? Das kratzt ja auch an seiner Reputation. Ist es dann vielleicht, dass er das neue Abenteuer sucht, mit denen irgendwie wieder was Neues, Frisches aufbaut, beziehungsweise irgendwie frische Impulse bringt? Das lässt ihn wieder gut dastehen und dann halt das wirklich große Angebot bekommt, auf das er wartet. Dass er halt irgendwie Angst hat, dass er bei Bern die Angst hatte, dass es irgendwie dann, dass er den Höhepunkt verpasst und dass er jetzt auch bei Frankfurt die Angst hat, den Höhepunkt einfach zu verpassen, den Absprung zu schaffen, um dann halt weiter große Angebote zu bekommen. Vielleicht ist es auch das, habe ich mich gefragt. Ja, halte ich für gar nicht unrealistisch, finde ich einen sehr guten Punkt. Das ist natürlich eine große Schwierigkeit, wenn ich ehrlich bin, weil natürlich der Zeitpunkt der Verkündung uns jetzt halt auch noch so einen Strich durch die Rechnung machen kann, dass das Ding jetzt komplett gebaden geht. Und dann bist du irgendwie Fünfter und Sechster und dann war es halt doch nichts mit dem absoluten potenziellen Höhepunkt. Und ich will auch mal ganz kurz sagen, noch mal ganz kurz, das ist schon ein sehr, sehr interessanter Punkt, denn erinnern wir uns, als bekannt gegeben wurde, dass Hütte zur Eintracht wechselt. Und mit danach hat er mit seinem Berner Verein, die ist zwar in die Champions League gekommen, sie haben Meister geworden, aber die haben den Pokal verdattelt. Also das war vor dem Pokal-Endspiel, das war auch nicht so richtig geil, weil die wollten eigentlich das Double. Also es sind nur so Kleinigkeiten, ich finde den Ansatz, den du erwähnt hast, vollkommen richtig, denn natürlich ist sein Marktwert gerade auf dem absoluten Höhepunkt. Besser hätte er sich gerade nicht verkaufen können. Ja, mit Sicherheit nicht, aber es würde halt zu der Theorie von Patricia, und die unterstütze ich 100 Prozent, dass er auf dem Höhepunkt gehen will und diesen Münzwurf, der ja dann danach kommt mit, kann ich es nochmal besser machen oder nicht, das Risiko vielleicht nicht eingehen mag, das würde ja nicht funktionieren, wenn er jetzt nicht irgendeinen Weg finden würde, die Mannschaft dahingehend noch zu motivieren. Plus eben ja den Fakt, was wir vorhin schon besprochen haben, dass wir genügend Spieler in der Mannschaft haben, die jetzt einfach diese Karotte sehr deutlich vor der Nase haben und die halt einfach haben wollen. Also ich glaube, wenn man sie jetzt einfach in Ruhe arbeiten lässt und damit jetzt einfach einen Punkt hinter dieses Thema setzt und sagt, okay, es ist jetzt bekannt gegeben, wir wissen, wie das ist, und da muss halt einfach intern sauber mit den Spielern kommuniziert werden, was jetzt der Plan für die Zukunft ist, das kannst du nicht nach außen tragen, aber mit den Spielern kannst du das ja meiner Meinung nach durchaus besprechen, sagen, okay, was ist jetzt der Plan, wie wollen wir jetzt weiter vorgehen, um eben auch für das nächste Jahr und die Jahre danach tragfähige Lösungen hier aufzubauen und die dann jetzt einfach in Ruhe arbeiten lässt und wie Marvin das angesprochen hat, mit entsprechendem Support von außen, dann glaube ich schon, dass wir das einfach jetzt noch sauber über die Ziellinie bringen können. Ja, er muss halt zur richtigen Zeit seine eigenen Leute auch motivieren können, denn es sind immens viele Spieler, die auch wegen ihm bei der Eintracht spielen, die er zu besseren Spielern wieder gemacht hat, wie in Sow, wie in Ilsanke, ja, also die beiden und auch andere, die er hochgezogen hat, stabilisiert hat, ein Kamada, an ihn hat er geglaubt, es sind ja wirklich Spieler besser geworden, deswegen ist dieser Hütter ja auch bei anderen Vereinen jetzt in der Verlosung, weil er es geschafft hat, Spieler besser zu machen, ja. Vor einem halben, dreiviertel Jahr oder vor einem Jahr hätten wir noch wesentlich kritischer über Ilsanke gesprochen, was der gerade raushaut, ist natürlich super, dass die Eintracht ganz all odds trotz Verletzungen immer wieder auf diesem Top-Niveau unterwegs ist, haben wir auch ihm zu verdanken, da ziehe ich meinen Hut. Das heißt, er muss es aber jetzt für die nächsten Spiele auch noch schaffen und da hoffe ich, dass er es hinbekommt und dass er seine Jungs dementsprechend so einschwören kann, damit, Dennis, wir dann vielleicht wirklich irgendwann in die Champions League kommen, ne? Ja, also ich muss wirklich, ich gehe voll mit euch und ich muss auch wirklich sagen, es ist schon irgendwo nachvollziehbar, dass jemand sagt, ich möchte, um nochmal zu dem Thema Hütter, warum wechselt er, dass jemand sagt, okay, wunderbar, ich kann eigentlich hier nicht mehr viel mehr erreichen, habt ihr ja schon richtig gesagt. Ich denke auch, dass der sich relativ sicher ist, dass er einen guten Job und da sich nicht beeinflussen lässt. Er ist ja auch so ein, tut ja immer so, als wäre er der coole Hund und lässt sich von nichts, egal was von links, rechts kommt, egal, ich mache meinen Job weiter und dann machen wir schon hier, das kriegen wir schon hin mit seiner Gelassenheit in dem Sinne, ja, aber rastet ja dann teilweise auch im Interview aus, aber trotzdem, er bringt ja immer irgendwie so diese ruhige Art rüber. Ich glaube auch, dass er daran glaubt, dass er das machen kann, sonst hätte er es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Zusätzlich kommt natürlich dazu, Gladbach, denkbar, krass, beschissene Saison jetzt, gucken wir mal, wie sie dann abschließen, stehen ja, momentan wackelt es ja noch, ob sie überhaupt Euroleague spielen dann, also da musst du sagen, er kommt natürlich dann dahin, da hast du eh immer die Aussage, naja, er kommt jetzt neu in die Mannschaft, er hat erstmal eine Übergangssaison, dann hast du natürlich im Endeffekt im nächsten Jahr, wenn du da dann natürlich schon Potenzial rausreizt, es sieht natürlich immer super gut aus, ihr habt völlig recht, wenn du dir das dann einfach anschaust und denkst, oh, der steigert ja stetig seinen Wert, weil dann sagt er, okay, dann habe ich hier wieder aus dem Gladbach, die waren nur am Ende, was weiß ich, gerade so noch die Conferrations Cup oder was weiß ich für ein Mist hier, wie heißt das hier, wenn du Platz 6 wirst dieses Jahr, ich weiß es gar nicht, Conference League heißt es, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht, also Euroleague 2. Conference League. Conference League. Also auf jeden Fall, dass du da im Endeffekt gerade noch so reinkommen bist und so weiter, also du siehst, er kann da eigentlich nicht viel falsch machen, denn der Kader gibt das auf jeden Fall her, der ist ja auch kein schlechter Trainer, das heißt, er wird auf jeden Fall dann in der übernächsten Saison wieder besser abschneiden, kann also weiter stetig steigen, kann sich ins Schaufenster stellen, kann zum nächsten vielleicht ist das sein Ego, vielleicht hat er eben dieses Verlangen immerhin stetig weiter zu steigern, seine Ansprüche entsprechend auch anzupassen und da passt die Eintracht vielleicht nicht mehr dazu, müssen wir akzeptieren. Ich bin aber auch der Überzeugung und da macht er eigentlich einen coolen Eindruck und einen ruhigen Eindruck, dass er das jetzt noch gut wegmoderieren kann. Die Frage ist nur, geht das der Mannschaft genauso oder werden die jetzt nervös? Um nochmal zu deiner Anfangsfrage zu kommen, René, ich hoffe einfach, dass sie sich nicht alle anstecken lassen hier von oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt können wir es in den letzten sechs Spieltagen noch versauen, sondern eher, Marvin, du hast das vorhin sehr schön gesagt, an die Sache glauben, der Rhythmus einfach weiterspielen, sich gar nicht beirren lassen, das läuft ja die ganze Zeit, selbst mit Verletzungen und so weiter, du wurdest ja ja, hier hat sich ja alles ständig auf den Kopf gedreht und trotzdem bist du immer noch mit 53 Punkten da oben auf Platz vier, was ist ein Irrsinn, das hätte ja niemals vorher jemand gesagt und ich hoffe einfach, dass wir jetzt hier am Wochenende, da haben wir ja auch mit angefangen, gegen Gladbach gewinnen, weil dann fragt kein Schwein mehr danach, dann weiß jeder, Hütte kann das, super professionell, trotz Gladbach, was ja hier total ständig im Kopf ist, haben wir sogar gegen Gladbach gewonnen und da müssen wir einfach, es muss einfach klappen und dann bin ich auch überzeugt, dass wir am Ende Champions League spielen. Das wäre halt die, die ultimative Botschaft überhaupt gar nicht erst den Raum für irgendwelche Ausreden, Ausflüchte, Spekulationen lassen, sondern genauso souverän wie in den Spielen davor am Wochenende gegen Gladbach spielen, die Punkte einfahren und dann ist gut, weil wie wir vorhin ja gesagt haben, du kannst gegen Gladbach verlieren, aber mit der Aussage wird halt im Nachhinein dann keiner kommen, sondern sie werden es alle irgendwie auf dieses Thema schieben und das wäre halt absolut unnötig. Aber der Eintracht kann das hinbekommen und daran glaube ich, das waren die letzten Wochen, haben das gezeigt und wenn wir das jetzt schaffen, stell dir mal vor, ich meine, ich will jetzt gar keine drei Punkte gegen Gladbach, aber wenn du jetzt erst einen Punkt holst, dann ist ja gleich, ja von mir ist auch das, aber die nächsten Wochen, das ist ja alles möglich, ich weiß, das nächste Spiel ist das schwierigste, aber das nächste Spiel ist leider halt auch ein bisschen das Entscheidende, weil du halt weißt, okay, gegen den Gegner und jetzt direkt der Konkurrent, wird der Trainer bald seine Wirkungsstätte, das wird schon schwierig, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Mannschaft das hinbekommt und das wäre halt so geil, weil dann hättest du direkt nach diesem Spiel, gewinnst du es oder machst du einen Unentschieden, dann ist schon gleich wieder viel mehr Ruhe drin, weil diese Hürde, die musst du jetzt überspringen, aber ich kann mir vorstellen, wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt so viele Spieler, die die Eintracht nicht verlassen werden nach dieser Saison, das können einige wenige sein, Silber wird auf jedem Silbertablett serviert bei Top-Klubs, das ist klar, was passiert mit Jovic, wir wissen es nicht, er fühlt sich podelwohl, vielleicht können wir einen guten Deal machen, dass er doch wieder zurückkommt, alles möglich, was ist mit Kostic, müssen wir überlegen, wir sind da nicht diejenigen, die ihn unbedingt ziehen lassen müssen, wenn die Simo nicht stimmt, also ist überhaupt noch nichts durch, Hinteregger, der muss sich auch erst mal woanders wohlfühlen, also da sind noch sehr, sehr viele Spieler, wir haben dieses Gerüst und das muss ich auch noch mal immer wieder festhalten, wenn ich bei der Bild-Zeitung lese, das finde ich eine freche Headline übrigens, jetzt bricht alles auseinander oder sowas, es ist Bullshit, die Eintracht bricht nicht auseinander, das ist jetzt eine schwierige Zeit, wir kommen übrigens gleich auch zu dem, was ich vielleicht ein bisschen hoffnungsmachend jetzt auch noch euch noch sagen will, kommt später, aber ich glaube, dass die Mannschaft, diese Konstitution, weiterhin im Kern bestehen kann und deswegen glaube ich nicht, dass wir auseinanderbrechen, das ist jetzt eine ruckelige Zeit, aber wenn die Eintracht das selber hinbekommt und im Zweifel auch die Fans, trotz der Tatsache, dass sie nicht vor Ort sein können, aber mit anderen Mitteln und Wegen zu sich zieht, dann können wir diese Zeit überstehen und daran glaube ich. Wie oft wurde die Eintracht auch schon kaputt geschrieben? Also das Gleiche hatten wir ja auch schon mit Kovac damals. Wie wurde dann gesagt, oh, jetzt haben sie den Pokal gewonnen, spielen Euroleague, das kann ja was werden, die fallen ja komplett auseinander. Ne, ist niemand auseinandergefallen, ist alles gut gegangen, es sind Spieler gegangen, es kamen neue Spieler, es ist ein Trainer gegangen, es kam ein neuer Trainer. Klar, man hatte dann einen Sportvorstand, der das alles managen konnte, hat man jetzt gerade nicht, wird man auch jemanden finden, es ist halt ein Umbruch, es ist kein Zusammenbruch erst mal. Also es nervt mich auch jetzt schon, also wie Marvin meinte, ich finde es frech schon fast, dass jetzt einfach wieder für irgendwelche billigen Headlines, ja, diese Kuh zu melken, weil es ist halt jetzt gerade noch überhaupt gar nichts entschieden. Ich möchte nur an der Stelle nochmal anmerken, wir reden hier über Headlines in der Bild-Zeitung, also wer da ein Niveau erwartet, das ist glaube ich auch vollkommen fehl am Platz, ne? Ja, schon. Also so eine Headline beim HR wird mich mehr stören als bei der Bild-Zeitung. aber du weißt ja, worum es geht, also ich meine, es macht trotzdem, es ist gerade eine sehr aufgeregte Gesellschaft, wenn du dir anguckst, was bei Twitter momentan abgeht, natürlich ist es nur ein Teil der Medaille, aber wenn ich da dann zwischenzeitlich schon lese, irgendwelche schlechten Fotos, die dann gemacht werden, wo dann Leute zu uns geschrieben werden, liebe Leute, nur weil irgendwo ein Foto an einem fucking... Ich weiß, welches Foto du machst. Ja, im Flughafen. Aber ich will es auch nicht. Im Flughafen, Alter, da kommen unfassbar viele Leute, selbst in Corona-Zeiten noch durch die Bank und dann passiert hier noch das und passiert da noch was. Demnächst fange ich auch einfach an, random Fotos von irgendwelchen Leuten zu fotografieren und dann hochzustellen und dann haben wir, könnte das der Neue sein? Im Taxi. Ich habe mit einem gesprochen. Ja, also es ist halt alles nicht so heiß. Können wir das nicht so machen, Marvin, dass du einfach morgen mit dem Taxi mal an der Geschäftsspille der Eintracht vorbeifährst und Patricia macht ein Foto davon und wir sagen, wir wissen mehr, als ihr wisst oder irgendwie sowas? Liegt Marvin? Können wir überlegen. Marvin als neuer Kabinenansprachen-Operations-Officer oder sowas? Wäre doch auch was. Wir überlegen es uns auf jeden Fall. Wir überlegen es uns. Ja. Sollen wir dann vielleicht auch nochmal auf dieses Thema mit der Kommunikation gucken? Das war ja auch so ein Nebeneffekt. Dennis hat das für ihn schon angesprochen. Der Zeitpunkt, zu dem diese Kommunikation jetzt stattgefunden hat, ist natürlich auch ein maßlos ungünstiger. Eben ja mit der Situation, dass Gladbach ja auch gleichzeitig der nächste Gegner in dem Thema ist. und Dennis, du hattest vorhin gesagt, die Eintracht musste das jetzt auch quasi vor diesem Spiel bestätigen. Ehrlicherweise bin ich froh, dass sie das jetzt bestätigt haben und mich hat sogar schon fast aufgeregt, dass diese Bestätigung 24 Stunden gedauert hat, weil man hätte viel mehr Luft meiner Meinung nach da rausnehmen können, wenn man da irgendwie schneller hätte reagieren können. Vielleicht bin ich da jetzt auch wieder zu optimistisch, dass man das tatsächlich gar nicht kann. Aber dieser Zeitpunkt, dieser kompletten, dieses kompletten Bekanntwerdens ist halt auch ein extrem guter. Da wird ja auch viel spekuliert zu, nach dem Motto, wer hat das denn irgendwie wem vorher gesagt. Ich bin allerdings der Meinung, dass weder Gladbach noch Hütter noch die Eintracht an irgendeiner Stelle ein Interesse dran haben konnte, dass das Thema vorher rauskommt. Von daher finde ich diese ganze Spekulation, die da jetzt betrieben wird, irgendwie maximal unglücklich. Wie war das jetzt? Patricia, du hast gesagt, du guckst noch mal in deine alten Tweets. Wie war das denn so im Verhältnis zu dieser Kovac-Thematik damals? Ja, ich habe nichts gefunden, was entweder darauf hinweist, dass es sehr ausfallend war und ich die irgendwann gelöscht habe. Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Ich habe einfach nichts geschrieben. Auch das kann ich mir bei dir nicht vorstellen. Und wir wissen alle nicht, was es jetzt war letztendlich. Aber ja, es erinnert halt sehr stark an die Geschichte, vor allem von der Kommunikation, dass das dann irgendwie zu Unzeiten rauskommt. Damals war es vor dem Pokalfinale. Jetzt ist es halt vor dem direkten Duell. Und dass das halt irgendwie, ja, auch rauskommt, nachdem der Trainer eigentlich meinte, er bleibt. Ich finde es auch bei Hütter noch mal eine Stufe härter, zu sagen, ich bleibe. Während Kovac ja ganz geschickt dieses Stand jetzt eingebaut hat, wo irgendwie alle schon aufgeheucht haben und dachten, oh, okay, was hat das zu bedeuten? Und bei Hütter wurde es halt bei mir konkret, als er es nicht mehr bestätigen wollte. Also als er dann, wenn Leute gesagt haben, ja, was ist denn mit ich bleibe, dass er nicht einfach noch mal sagt, ich bleibe und Schluss jetzt. Damit hätte er alles aus dem Weg geräumt. Konnte er aber nicht mehr sagen, weil er wusste, dass er nicht bleibt. Und in dem Moment wusste ich schon, irgendwas stimmt nicht. Das ist irgendwie komisch. Ja, und jetzt ist es halt, ja, die ganze Kommunikation gefällt mir einfach nicht. Ich weiß nicht, warum sich Trainer jedes Mal, das ist nicht nur Hütter, das ist auch nicht nur Rose, das sind diverse Trainer, auch Spieler, auch Sportvorstände, alle. Warum sich in diesem Business immer hingestellt wird, mit dem Wissen, dass es schnell gehen kann. Ich glaube sogar, dass vielleicht Hütter damals noch keinen Kontakt mit Gladbach hatte. Aber es kann ja in diesem Business sehr, sehr schnell gehen und dann meldet sich jemand und dann willst du doch weg. Warum sagst du dann, ich bleibe, wenn du dir nicht zu 100% sicher bist, dass du im nächsten Jahr bei diesem Verein sein willst. Wenn diese Möglichkeit besteht, dass ein gutes Angebot kommt und du weißt, du weißt in dem Moment, wenn ein gutes Angebot kommt, könnte ich gehen. Dann sag doch einfach, für den Moment bin ich hier und das ist, was ich zu meiner Zukunft sagen kann. Und dann nimmt es dir auch keiner übel, wenn du am Ende gehst. Aber wenn du halt sagst, ich bleibe und dann nicht mal zwei Monate später sagst, ja, hoppla, habe ich nicht so gemeint, dann kommt es halt nicht so gut rüber und dann muss man sich das aber auch ankreiden lassen. Das denke ich genauso. Das ist genau der Punkt. Geht mir vollkommen auf die Eier. Vielleicht sollten wir hier sowieso auch mal eine andere Kultur an den Tag legen, dass wir sagen, okay, das sind Verträge, wir wissen aber alle, wie Verträge im Fußballgeschäft sind. Es kann immer alles passieren. Das ist die einzige Antwort, die ich geben kann. Das war die letzten Jahre halt auch leider so. Das ist bei allen anderen. Wir versuchen aber für das hier und jetzt, für diese Saison, dementsprechend bestmöglich zu arbeiten. Das wäre vielleicht ehrlich. Das hört sich dann blöd an. Aber das Problem ist, dass der Fußball halt immer mit Illusionen hausieren geht und Illusionen und auch gleichzeitig Gefühle verkaufen will, die aber regelmäßig enttäuscht werden, weil das nicht in Einklang zu bringen ist mit dieser Kommerzveranstaltung, die halt Fußball am Ende des Tages halt trotzdem ist. Und es ist auch Bullshit. Und das ist das Einzige, was ich negativ zu Hütter jetzt leider sagen muss, dass die Situation sich geändert hat. Der Approach von Gladbach, der war früher. Und die ersten Gerüchte, die haben wir schon viel, viel früher gehört. Das war schon zum Jahreswechsel. Und dann kann mir keiner erzählen, dass das davor nicht der Fall war. Dass er sich entschieden hat, und das glaube ich ihm auch, eigentlich zu sagen, ich bleibe. Das glaube ich ihm. Und ich glaube, Gamechanger war tatsächlich die Tatsache, dass Bobic wirklich weg wollte. Dass er jetzt, das können wir eigentlich schon fast sagen, also sowieso, ich meine, ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe bei hessenschau, aber es wird so sein, dass Bobic, Bobic-Situation in ein, zwei Tagen vielleicht, ich glaube noch in dieser Woche, definitiv gelöst sein wird, dass er dann dementsprechend wirklich auch zu Hertha geht. Das ist jetzt gerade in der finalen Phase, da freue ich mich auch, dass da der Deckel drauf ist. Aber ich glaube, dass natürlich die Bobic-Thematik ihn negativ bewegt hat. Aber trotzdem war es halt nicht so, dass der Approach von Gladbach erst so spät kam. Das hat alles ein bisschen mehr Vorlauf gehabt. Deswegen, ich muss trotzdem sagen, du kannst am Ende sagen, wir wissen alle nicht, was passiert, aber für die Saison bleibe ich. Und dann wäre es nicht so geil, dann kannst du keine Illusionen verkaufen, aber dann bist du ehrlich. Ja, aber dann ist die Frage, mit so einer Aussage könnte man es ja jetzt im Nachhinein, wieder durchaus in die richtigen Bahnen lenken. Ich habe jetzt noch keine offizielle Äußerung von ihm dazu gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt in der Spieltagskonferenz das Thema wieder hochkommen wird. Aber mit so einer Botschaft könntest du es ja durchaus, gerade wenn dann auch diese Bobic-Thematik durch ist, dann ist es ja noch mal eine Nummer leichter, dass du es durchaus daran festmachen könntest und auch kommunizieren könntest. Und dann wäre es auch für ihn wieder so ein Stück weit gesichtswahrender, um es eben auch zu erklären, zu sagen, okay, zu dem Zeitpunkt war ich der festen Überzeugung. Es gab eben dann Unstimmigkeiten. Diese ganze Thematik hat mich zum Nachdenken gebracht. Gladbach kam noch mal mit einem besseren Angebot um die Ecke. Das hat mich noch mal mehr zum Nachdenken gebracht. Und es tut mir rückwirkend leid, aber das Fußballgeschäft ist nun mal leider so und es ist eine Chance und ich muss die halt wahrnehmen. Das ist vielleicht jetzt auch nicht optimal in dem Vergleich, wie es dann irgendwie hätte ablaufen können, aber es wäre zumindest ein Schritt in die richtige Richtung und wäre auch so ein persönliches... Das glaubst du aber selbst nicht, René. Ja, warum? Also ich muss sagen... Wir sind Fußballfans, wir leben von Illusionen. Genau, also Fußballromantik, gerne, dass ihr auch... Entschuldigt, liebe Fans, dass ich euch da so ein bisschen an der Nase rumgeführt habe. Es hat ja nichts mit an der Nase rumführen zu sagen, aber du kannst es doch erklären. Schon irgendwie, oder? Ist doch schon so. Man muss ja schon sagen, ich glaube auch, ich gehe da mit Marvin, die Gerüchte waren ja wirklich vorher schon da, also dass er so gar nicht und dass da... Also die Tendenz war ja schon stark. Das einzige Problem ist, hätte er damals nicht dieses Ich-Bleibe. Ich glaube, das war ja auch so ein bisschen erzwungen von Oh, Bobic geht, was ist mit Ihnen? Und dann lässt er sich dazu hinreißen, ja, ich bleibe. Und er erklärt nicht mehr. Das ist natürlich in dem Sinne ein bisschen schwierig. Finde ich wirklich kompliziert. Hätte er aber natürlich irgendwie dann wieder eine Floskel, oder Floskel ist blöd gesagt, aber das nicht so klar und deutlich rüber gemacht, hätten wir natürlich auch wieder an dem Punkt über diese Diskussionen gesprochen. Oh je, der hat sich nicht richtig geäußert dazu, oder der hat da ausgewichen, ach du jemine, das ist ja schon das nächste Fass. Da hätten wir wahrscheinlich diese ganzen Diskussionen, und wir kennen ja, wie es ist, vielleicht hat er sich dadurch dazu hinreißen lassen, zu sagen, jetzt ist hier mal Schluss, ich bleibe, da habe ich jetzt erst mal Ruhe. Dem wird schon bekannt gewesen sein, was er macht und was nicht. Ist dann auch die Frage, wann platzt die Bombe? Ist das ein Problem? Ist es kein Problem? Beeinflusst das die Mannschaft? Ich glaube, es hätte aber damals, wenn das so auch hätte, Hütter in der Situation auch noch so rumgeeiert, hätte das vielleicht schon viel früher in der Saison zu Problemen führen können. Deshalb muss ich eigentlich fast froh sein, dass diese totale Thematik, dass das erst so spät jetzt kam, wir eventuell jetzt einfach sagen können, ach, jetzt hat alles geklappt, wir haben jetzt das abgearbeitet mit dem Bobic, jetzt ist Hütter, und hoffentlich kriegen wir es einfach hin mit der Champions League Quali. Das ist hier, muss ich sagen, wahrscheinlich sogar fast gut für uns, zumindest aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie ihr das seht, dass diese Thematik nicht auch noch zum selben Zeitpunkt so hochgekocht wurde. Ich weiß nicht, ich finde den Punkt ganz gut, den du ansprichst, andererseits denke ich mir, ich mag das auch nicht, für eine Momentaufnahme Ruhe zu haben und angelogen zu werden dafür. Also ich weiß jetzt, ich will es jetzt nicht direkt als Lüge betiteln, aber im Nachhinein, naja, es war halt jetzt tatsächlich nicht die Wahrheit. Also ich kann nichts anderes sagen, es war halt im Endeffekt nicht ehrlich. Und da möchte ich nicht, um irgendwie drei Wochen Ruhe zu haben, angelogen werden. Also es stört mich dann schon. Da wäre ich lieber, hätte ich irgendwie, aber es stimmt schon, also vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt in der Saison wäre es noch fataler gewesen. Also vielleicht war es letztendlich ja auch richtig so, aber für das Gefühl ist es einfach nicht schön. So ist es. Aber ich glaube, wir müssen alle da, entweder es gibt zwei, ehrlich gesagt gibt es zwei Richtungen. Entweder der Fußball entwickelt sich zwischenzeitlich vielleicht jetzt wirklich mal oder mittelfristig jetzt wirklich mal in eine Richtung, dass er offener und ehrlicher kommuniziert und dass solche Sachen halt dann auch gar nicht mehr stattfinden. Dass man halt sagt, wir planen für die Saison und die Saison will ich beenden. Alles danach ist wie jedes Jahr, neu steht neu zur Debatte. Hört sich blöd an. Ist natürlich nicht so geil, als große Traumwolken zu verkaufen, aber vielleicht bringt das halt auch einfach nichts. Oder du hältst dann die Verträge auch ein. Das ist die andere Alternative. Also ich weiß, ich habe jetzt noch keine Lösung, aber ich glaube, wir müssen da zu einem Umdenken kommen, weil ehrlich gesagt fühlen sich viele Fans durchaus so recht ein wenig verarscht. Und dass ich bleibe, genauso wie damals Stand jetzt, zu einem geflügelten Wort werden könnte oder vielleicht jetzt schon geworden ist, das sind Situationen, die er sich hat zuzuschreiben. Und ich will das ja gar nicht. Ehrlich gesagt ist das mir auch scheißegal, ob der, also ganz ehrlich, der können wir jetzt auf der Straße begegnen, das ist mir auch egal. Ich würde nie auf die Idee kommen, den jetzt irgendwie blöd anzumachen, weil ich weiß, dass das ein Fußballgeschäft ist. Und der wird einen richtig guten Vertrag bekommen haben. Und ihr habt es eben schon schön beschrieben, dieser Zwischenschritt, auch wenn er für mich kleiner ist als gedacht, weil eigentlich hätte ich gedacht, dass Leipzig vielleicht das nächste Ding ist für ihn. Oder vielleicht wirklich die Bayern. Das waren so die Dinge, an die ich gedacht habe. Aber ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt, dass er nicht so dusselig ist und zu Gladbach wechselt. Na klar haben die Ruhe, natürlich haben die ein gutes Standing, die haben ein super, das wissen wir alles, super Scouting. Das ist alles richtig gut. Gebe ich. Aber trotzdem ist mir der Schritt gerade zu gering, wenn ich sehe, dass du mit der Eintracht unfassbar viel jetzt gerade erreichen kannst. Und du einer der Puzzleteilchen sein kannst, die für immer in Erinnerung bleiben werden, weil sie zum ersten Mal seit der Reform den Einzug in die fucking Champions League geschafft haben. Und das ist immer noch möglich. Worüber reden wir denn? Die ganzen letzten Jahre waren wir ja oftmals knapp dran und sind dann am 26. Spieltag noch eingebrochen und haben es dann immer noch verbaselt. Natürlich auch Doppeltbelastung. Erinnern wir uns an die, erinnern wir uns an den, einmal war es so, da waren wir ja ziemlich weit im Europacup. Dann waren wir im DFB-Pokal. Also alles geil, aber wir haben es dann irgendwie verbaselt. Ich will, es ist ja trotzdem mega geile Erfolge. Aber dass wir jetzt wirklich die Chance haben, in die Champions League zu kommen, das ist unfassbar. Und das ist unfassbar für diesen Verein, weil es unglaublich werthaltiger Erfolg ist. Und das sollten wir jetzt nicht verbaseln. Und da hoffe ich, dass alles jetzt noch getan wird. Und dann ist es mir auch egal. Dann ist Hütter dann halt weg. Whatever. Kommt neu. Das ist der Punkt. Ich glaube, es ist auch versöhnlich am Ende. Wenn du jetzt den Einzug wirklich schaffst und dann der Cut ist und jetzt nichts anderes mehr passiert, also keine Ahnung, kein Nachtreten mehr, keine irgendwelchen Aktionen, die im Nachhinein noch rauskommen, die irgendwie auch kacke waren. Wenn da jetzt nichts mehr passiert, dann ist das doch letztendlich auch versöhnlich. Also zumindest für mich, ich weiß, ich bin dankbar für die Arbeit, die geleistet wurde. Ich habe dann auch persönlich kein böses Blut mehr. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, war diese Kommunikation. Das wird auch immer so bleiben. Das ist auch immer noch bei Kovac so. Ich habe aber zum Beispiel jetzt auch keine schlechten Gefühle mehr Kovac gegenüber. Mein Gott, das ist jetzt durch. Ich kann das verstehen, dass das ein Business ist. Ich kann es verstehen, dass Trainer und auch Spieler nicht für immer beim Verein bleiben. Ich glaube so, das wissen wir mittlerweile alle, dass das sehr, sehr selten der Fall ist und kaum noch passiert. Damit kann ich leben. Das Einzige, was mich wirklich stört, ist wie auch damals schon bei der Kovac-Sache, diese Kommunikation, die einfach nicht gut abgelaufen ist und zu Unzeiten kommt. Und das ist der einzige Punkt, der aufregt. Ansonsten kann ich alles nachvollziehen, bringe es zu Ende, bringe uns die Champions League, dann geben wir uns die Hand und viel Spaß bei der nächsten Station. Viel Erfolg kann ich jetzt nicht direkt wünschen, weil es ein direkter Konkurrent vielleicht sein wird. Deswegen weniger Erfolg als uns, aber trotzdem viel Erfolg. Aber mach das jetzt noch. Hol jetzt mit uns den Champions-League-Einzug. Das ist ja jetzt uns doch noch schuldig. Ja, das definitiv. So, und dann ist die Frage nach Erfolgelösungen. Und da tauchen ja verschiedenste Namen auf. Und einer hält sich da gerade so ein bisschen hartnäckiger. Marvin hatte vorhin gesagt, er glaubt, dass die Eintracht in der ganzen Diskussion noch nicht so weit ist, wie man vielleicht sein könnte. So habe ich dich zumindest verstanden. Und jetzt taucht der Name Ralf Rallerangnick da immer wieder auf in dieser Doppelfunktion als Sportvorstand und Trainer. Quasi das Beste aus beiden Welten, so mehr oder weniger. Und wird da jetzt irgendwie hochgehandelt? Wäre das tatsächlich auch eure Lösung? Oder habt ihr eine andere? Also, ich kann mal ganz kurz mit Rangnick anfangen. Ich glaube, das ist natürlich so eine der heißesten Thematiken gerade. Und natürlich ist es so, dass das sehr heiß diskutiert wird, weil wir ja natürlich wissen, dass Rangnick sich auch schon bei vielen Vereinen angeboten hat. Wir hatten jetzt zuletzt, da war er ja länger im Gespräch bei Schalke, selbst in der Nationalmannschaft. In diesem Raum der Nationalmannschaft wurde das diskutiert. Hätte ich mir auch gar nicht schlecht vorstellen können. Vor einigen Monaten hatten wir Mailand. Auch bei Chelsea war er im engeren Kreis. Also immer wieder, wo es eine freie Position gab, wurde er genannt. Das ist verständlich, weil er ein herausragend guter Trainer ist. Das Problem haben wir natürlich aus anderen Bewegründen. Ich erinnere mich immer noch an Aussagen von ihm, dass er nicht so positiv über die Eintracht gesprochen hat. Das war damals zu Ulmer Zeiten. Also ich glaube direkt nach Ulm. Also insofern ist es schon wirklich eine Weile her. Aber es hat so ein Geschmäckle hinterlassen. Und ich muss sagen, es wäre nicht meine 1A-Lösung. Aber zu den persönlichen Gefühlen können wir ja gleich noch kommen. Ich wollte erst mal so die Faktenlage wiedergeben. Und ich glaube, dass er trotzdem auch nur einer der Kandidaten ist. Ich habe jetzt gerade bei hessenschau.de gelesen und da wurde auch noch mal bekräftigt, auch von einer internen Quelle, dass er nur einer von mehreren Kandidaten ist. Und die treffen sich jetzt auch erst zum Gespräch. Durch ist da definitiv noch nichts. Da müsste sehr, sehr vieles zusammenpassen. Er wird dementsprechend einen Stab mitbringen. Er wird dementsprechend auch einen Machtanspruch definieren. Gerade wenn es darum geht, dass er die Doppellösung ist. Ansonsten ist er der Einzige, der gerade natürlich beides erfüllt. Also sowohl die Bobic-Position als auch die Trainer-Position. Zu allem anderen werden wir die nächsten Wochen, wenn er es nicht wird, wenn wir die nächsten Wochen keine Trainerlösung haben. Gehe ich hundertprozentig von aus. Weil da ist es viel wichtiger. Und da ist die Eintracht leider ganz schön am Zurückhängen. Wer wird der Nachfolger von Bobic? Denn der normale Weg ist, dass wir jetzt erst mal einen Bobic-Nachfolger haben, der dann zusammen mit seinem zukünftigen Team nach einem Trainer sucht. Und die Tatsache, dass wir da noch nicht fix sind, die, muss ich sagen, erzürnt mich nicht. Das ist zu viel gesagt. Aber die finde ich sehr, sehr unbefriedigend gerade gelöst. Weil ich eigentlich gedacht habe, dass über die Osterfeiertage die Sache klar wird. Und das ist noch nicht so. Und das muss ich sagen, das muss ich der Eintracht leider auch ankreiden. Das kommt mir gerade so ein bisschen vor, wie die Corona-Politik der Bundesregierung. Dass man alles sieht und man sieht, was vor einem ist. Und laute Experten empfehlen einem Dinge. Und man kommt aber nicht so wirklich aus dem Quark. Und das hatte ich gerade bei der Eintracht. Leider zuletzt ist das Gefühl, da müssen die jetzt dringend nachbessern. Müssen da was tun. Es könnte natürlich diese Rangnick-Lösung sein. Aber ich glaube, er ist nur einer der Kandidaten. Aus emotionaler Sicht, muss ich sagen, müsste ich mich damit halt extrem schwierig anfreunden. Ja, das ist auch so ein bisschen meine Thematik tatsächlich. Und ich hatte es auch gerade eben im Chat gelesen. Klar, er ist mit Sicherheit sportlich gesehen eine gute Wahl. Und er hat auch mit Sicherheit einen, auch jetzt nicht zuletzt durch die Thematik bei Leipzig, ein extrem gutes Kontaktbuch. Was wahrscheinlich auch für die Positionen jetzt nicht verkehrt wäre. Ich glaube halt nicht, dass er zu meiner Vorstellung eines Trainers passt, was jetzt so von der menschlichen Seite angeht. Und ich glaube tatsächlich auch nicht unbedingt, dass er so 100% zu den Werten des Vereins irgendwie passt. Von daher wäre es für mich schwierig. Ja, es ist schwierig. Er ist natürlich ein Fähnchen, ein bisschen im Wind. Also er hat einen absolut sportlichen Fokus. Und wir können wirklich bei allem Respekt, und wir sind ja weit weniger fußballerisch gebildet, als er das ist, wir können ihm diese Klasse da nicht absprechen. Dass er aber gewisse Defizite hat und dass er beispielsweise ja wirklich relativ nah an diesem ganzen Red Bull Konstrukt, was diesem Traditionsverein der Eintritt natürlich zuwider ist, hängt, ist natürlich, etwas darüber muss gesprochen werden. Ich bin einfach, bin leider kein Freund von Rangnick. Das würde mich sehr auf dem falschen Fuß erwischen. Ich habe immer wieder auch, es gab immer wieder so softere Aussagen, da müsste ich nochmal nachgucken. Aber irgendwie ist Rangnick für mich halt emotional ganz schöner Fisch. Und ich will noch eine Sache mitgeben. Sorry, dass ich so viele Redeanteile habe, aber das hängt mir so ein bisschen drin. Das ist eine 50-50-Entscheidung. Also ich finde es emotional, würde ich es nicht geil finden, weil ich einfach, ich brauche nahbare Typen. Und bei Hütte hatte ich es schon nicht, aber es hat trotzdem gut funktioniert. Am liebsten mag ich, ich mag ja so Kumpeltyp-Trainer. Und die gibt es aber ganz wenig, wenn die auch eine Qualität mitbringen sollen. Das nehme ich. Aber Rangnick ist die moderne Heinkes-Entscheidung für die Eintracht. Also das, was Heinkes damals war, der geht zur Eintracht. Und es kann funktionieren, weil er bei den Bayern Erfolg hatte, weil er es nachgewiesen guter Trainer ist. Es kann aber auch komplett in die Hose gehen. Und ich glaube, das ist durchaus jetzt so ein Moment, bei dem die Eintracht sich entscheiden muss. Denn es kann komplett in die richtige Richtung gehen. Es kann diese professionellen Strukturen, die jetzt durch Bobic gewachsen sind, weiter ausbauen. Das kann er. Er kann weiter mit seinem wunderbaren Scouting, mit diesem Scouting-Konstrukt, was er hat, wirklich gut fungieren. Oder es geht komplett baden, dass er überhaupt nicht zum Verein passt, dass er Leute hier vergrault, dass er vielleicht den einen oder anderen Spieler vergrault, was uns komplett in die andere Richtung schießt. Das ist eine 50-50-Entscheidung. Es ist für mich, das, was damals Heinkes war, ist die 2021 Entscheidung der Eintracht. Und das ist riskant. Und dieses Risiko muss man bedenken und muss man sorgsam abwägen. Ja, mit dem Unterschied, dass Heinkes bei den Bayern oder vielmehr bei den Bayern-Fans ein besseres Standing hatte, als es ein Rangnick bei uns haben könnte. Nee, 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 nee. Nicht auch nicht bei Bayern. Ich meinte, Heinkes bei der Eintracht. Ach so. Ich meinte, ich meinte die Heinkes, nein, oh Gott, oh Gott. Entschuldigung, das wird danach im Endeffekt am Arsch waren. Ja, ich meinte die damalige, ich meinte die damalige Heinkes-Entscheidung, dass als er zur Eintracht gegangen ist, die zwischen Wohl und Wehe war, 1994, 1995. Damit hast du das jetzt verglichen. Ja. Dann will ich es jetzt noch, danke für diesen Vergleich, dann möchte ich ihn jetzt noch viel weniger. Für mich hast du es entschieden, no Rangnick. Für die jüngeren Fans, es geht im Endeffekt darum, damals Heinkes, er ist zur Eintracht gekommen, er hat richtig viele Hoffnungen mitgebracht, weil er international bei Bilbao unterwegs war, weil er lange Zeit Gladbach gut trainiert hat, weil er bei den Bayern wusste, was Sache ist. So, alles gut und schön. Er kommt zur Eintracht, er hat ein riesiges Star-Potenzial mit Okoccia, mit Gaudino, mit Jeboa auch noch. Alle ins Aus verfrachtet. Das waren nur die drei wichtigsten Namen, könnte man meinen. Und danach ging es mit der Eintracht bergab. Und das hätte aber auch funktionieren können, hätte er sie auf dem richtigen Fuß erwischt. Hat er nicht. Hat alle verkrault. Und das ist trotzdem, deswegen ist es meine Heinkes-Entscheidung, die 94. Heinkes-Entscheidung ist vergleichbar mit der jetzigen potenziellen Rangnick-Entscheidung. Vielleicht drücke ich ein bisschen krass auf YouTube, aber man muss auch mal ein bisschen emotionalisieren hier. Finde ich auch sehr gut, auf jeden Fall. Und Marvin, ich stimme dir da voll und ganz zu, und wir hatten es ja auch im Chat schon mal so ein bisschen beschrieben, dass wir da, glaube ich, genau in dieselbe Richtung denken. Ein großes Problem, und das muss man wirklich sagen, bei der Eintracht ist eben dieser Wohlfühlfaktor, glaube ich, ein wichtiges Momentum, das du einfach hast, was auch in Frankfurt, ja, vielleicht ist es auch jetzt wieder viel zu fußballromantisch, aber ich glaube, dass dieser Effekt die Eintracht auch ausmacht noch. Und wir haben vorhin drüber noch gesprochen, die Spieler, wie viele Spieler hier dann so aus einem totalen Tief und aus einem totalen, ich bin, ich bringe es eigentlich nicht mehr, habe mal einen guten Marktwert gehabt, und wie oft sind die dann doch zur Eintracht gekommen, wurden wieder aufgebaut. Und ja, das kann auch an Hütter liegen. Ich glaube, es liegt aber auch generell am Umfeld bei der Eintracht, es passt einfach, es war alles relativ, es hat gut funktioniert, und so kommen die wieder zu all der Stärke. Und da muss ich wirklich sagen, kann so eine Position mit jemandem, der das tatsächlich alles, ja, sehr, ja, auf die Zahlen vielleicht auch runter reduziert, wie ein, na, wie heißt der denn jetzt hier? Rangnick. Rangnick das dann vielleicht macht, der eben zwar das alles sehr gut unter Kontrolle hat, eine sehr gute Ahnung hat, aber vielleicht dem das Gefühl für diese Situation dann fehlt und abhanden geht, kann tatsächlich eine Riesenproblematik sein. Deshalb, Marvin, du hast völlig recht, das ist ein Risikoschritt und die Frage ist, ist das Risiko notwendig? Und du musst auch immer sagen, Rangnick ist total machthungrig. Das heißt, das ist auch hier, ja, sehr wichtig, im Konstrukt kann da schnell Probleme geben. Und das war auch dieser Ansatzpunkt vorhin, vielleicht habe ich das dann vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, dass natürlich auch so eine Entscheidung dann dazu führen kann, dass Spieler, selbst wenn so jemand dann schon im näheren Fokus ist, aber das ist er ja anscheinend nicht, haben wir ja jetzt gelernt, aber trotzdem, es gibt vielleicht dann so Situationen, dass Leute dann sagen, uh, das ist aber, wenn der kommt, der drückt uns hier raus oder der will nicht mit mir arbeiten, als Spieler auch, kann das sein, dass einige da gar nicht mit klarkommen, mit der Situation, auch das ganze Staff-Team. Also man muss da immer gucken, ist ein Problem, kann zu einem Problem werden, weil er einfach eine krasse Persönlichkeit hat, die einfach sehr machthungrig, sehr autoritär dann auch, ich will jetzt das machen und da musst du dich natürlich darauf einlassen. Ob die Eintracht das will, wir können davon profitieren, das ist sicherlich richtig, weiß ich aber nicht, ob es tatsächlich, Marvin, ich gehe da voll mit dir, es ist ein Riesenrisiko und der Ertrag kann definitiv sicherlich, hoffentlich auch über eine andere Lösung gut erzielt werden. Man würde ihm diese Macht ja auch, zumindest dann, wenn man ihm beide Posten gibt als Personalunion, dann würde man ihm ja auch ein gewisses Mehr an Machtverhältnis dann einfach auch zuschreiben. Richtig, aber genau deswegen ist es gerade so wichtig, eine Nachricht, die wir nicht vernachlässigen dürfen, dass jetzt wir einen neuen Vorstandssprecher haben und zwar ist es schon extrem wichtig, dass Hellmann endlich dieses Vakuum gerade ein wenig füllt. In den letzten Tagen war es echt dramatisch und Herr Holzer kennen wir alle noch nicht so gut und dieses Gefühl, was ich beispielsweise hatte, war das, da passiert zu wenig. Was ist hier los? Aber Holzer kann auch nicht. Holzer ist Aufsichtsrat. Genau, er ist Aufsichtsratsboss und dass wir einen Vorstandssprecher haben, der zumindest ein kommunikatives Organ jetzt ist mit Hellmann, der diese Verhältnisse kennt, der auch gleich Kontakte hat und dementsprechend schon ein bisschen lenken kann, glaube, das ist extrem wichtig, jetzt für die Zeit und zeigt, wir sind handlungsfähig. Dieses Gefühl, wir sind handlungsfähig, was ich gerade in der Politik komplett vermisse. Das habe ich jetzt ein Stück weit wieder und kann jetzt in die Zeit, in die Zeit, wo es ihn aus der Leitung gehauen hat. Ja, also um dieses Hellmann-Thema weiterzuführen, das ist extrem wichtig für die Thematik, jetzt Diskussionen mit einem potenziellen Trainer, aber auch mit diesem ganzen Thema Spieler halten, verpflichten, etc., weil das müsste dann eben ja jetzt jemand aus dem Vorstand übernehmen, der... Und auch Außenwirkung generell, Also Marvin hat es, glaube ich, das ist so dieses, jeder von uns hat ja das Gefühl, da passiert ja nichts mehr. Patricia, oder? Siehst du auch so, das haben wir, glaube ich, in der letzten, vorletzten Folge, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja, man hatte halt irgendwie das Gefühl, da ist ein Vakuum und man erfährt nicht, wer füllt das jetzt und was passiert jetzt und macht überhaupt irgendjemand was. Also klar macht jemand was, aber man bekommt es halt nicht mit und das hat mir heute auch irgendwie geholfen. Ich habe dann diese Meldung von der Eintracht angeklickt und dann stand da auch, ja, wir sind uns bewusst, es sind viele Personalien gegangen, wir sind im Umbruch gerade und das ist eine schwere Situation und um die richtig managen zu können, haben wir uns jetzt entschieden, das Hellmann, dies, das, Kommunikation nach außen, nach innen und das hat mir tatsächlich so ein bisschen das Gefühl gegeben, okay, die sind sich der Lage genauso bewusst, das war klar, aber irgendwie will man es als Fan nochmal hören. Man möchte vom Verein hören, hey, wir sind uns bewusst, was gerade die Situation ist, wir wissen auch, dass ihr euch Sorgen macht, aber guckt, wir haben hier Personen, die kümmern sich und wir haben alles im Griff und dieses Gefühl möchtest du haben und das haben die mir damit so ein bisschen gegeben, das war scheiße. Da ist auch Hellmann die logische Konsequenz und Schlussfolgerung, weil er halt einfach dieses entsprechende Standing im Verein und rundherum hat, das auch tun zu können und nochmal, zur Vollständigkeit halber, Holzer ist Aufsichtsrat, der Aufsichtsrat bestellt den Vorstand, hat aber im Tagesgeschäft eine kontrollierende Funktion und nicht eine eingreifende Funktion im Tagesgeschäft, das macht der Vorstand und deswegen ist es wichtig, da jemanden zu haben, der eben das Votum bekommen hat, dort Entscheidungen zu treffen und auch stellvertretend für die anderen sprechen zu können. So, jetzt haben wir Ranglink als Namen und wir sind bei Twitter gefragt worden, nach was wäre denn unsere Wunschlösung. Ich sage direkt, ich habe keine. Ich habe heute null Zeit gehabt, mich mit dem Thema zu beschäftigen und da sind so viele Namen unterwegs, aber vielleicht habt ihr ja noch Wunschvorstellungen oder Wunschlösungen, die ihr jetzt hier alternativ zu Ranglink in den Raum stellen wollt. Patricia? Ja, ich habe eine, nicht als Vorstand, also Sportvorstand habe ich immer noch keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich hätte nur gern einen. Zur Rangnicks Sache noch, wovon ich gar kein Fan bin, ist von dieser Doppelfunktion, ich will eigentlich nicht, dass er Trainer und Vorstand macht, wenn er schon herkommt und diese Manager-Position übernehmen möchte, müsste ich mich, wie Marvin schon alles richtig ausgeführt hat, emotional sehr, sehr damit arrangieren, also ich bin auch kein großer Fan und habe da auch meine Bedenken. Andererseits denke ich mir, Bobic war auch eine eher kühle Personalie, bei Rangnick kommt halt noch die ganze RB-Geschichte dazu, die es irgendwie noch kritischer macht, aber ich könnte mich wohl eher damit anfreunden, dass er einen Sportdirektor macht und irgendwie ja im Hintergrund arbeitet, aber nicht mit der Mannschaft. Also ich sehe ihn nicht als Trainer, er ist für mich eine Person, die auch viel zu streng autoritär ist. Man hat ja auch schon damals bei Leipzig gehört, dass er irgendwie sehr, sehr strenge Regeln aufstellt und keine Ahnung, Handyverbot hier, Handyverbot da, so Sachen und ich habe das Gefühl, das passt einfach nicht zu unserer Mannschaft und weil das halt sehr, sehr locker ist, also man hat das Gefühl, diese Mannschaft ist intern einfach sehr locker und ja, basiert auch so ein bisschen darauf, dass da so freundschaftliche Verhältnisse herrschen und bei Rangnick kann ich mir vorstellen, dass das zu streng wird alles. Deswegen bin ich kein großer Fan von ihm als Trainer. Meine Wunschlösung wäre, großes Sorry an Young Boys Bern schon wieder, aber ich hätte gern Ceohane von Bern und ich habe mich heute eingelesen, warum, weil dieser Name geistert ja schon länger in der Bundesliga rum und ja, Leverkusen soll interessiert sein, Wolfsburg-Hoffenheim sollen interessiert gewesen sein, also das ist kein Unbekannter und ich könnte mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass er zur Eintracht passen könnte, zumal er ja schon mal eine Hütter-Mannschaft übernommen hat. Also er kennt sich aus, also er weiß, wie Hütter eine Mannschaft hinterlässt, wie er Strukturen aufbaut. Er hat auch damals Bern mit Champions League Quali übernommen, hat das sehr, sehr gut gemacht, also Bern ist immer noch gut im Rennen, die werden jetzt offensichtlich schon wieder Meister, die haben, weiß ich nicht wie viel, ich glaube, 22 Punkte Vorsprung momentan auf den zweitplatzierten, das ist schon sehr, sehr, sehr gut und also offensichtlich hat er einfach die gute Arbeit von Hütter fortgeführt und weiterentwickelt und dann gibt es halt noch so Sachen, wie er spricht zum Beispiel fünf bis sechs Sprachen, also das sind halt alles so Punkte, wo ich mir denke, das passt sehr, sehr gut zur Eintracht, setzt auf junge Spieler, entwickelt junge Spieler weiter. Ich habe mich da heute eingelesen und bin der festen Überzeugung, er passt sehr, sehr gut zur Eintracht und deswegen möchte ich ihn hier haben. Sehr gut, ja. Sehr gut, ja. Mich hast du schon überzeugt. Aber so viele Sprachen, ist ja krass, ne? Ja, ja, er ist wohl irgendwie spanischer Muttersprachler und deutscher Muttersprachler, also die beiden sprachen schon aus dem Elternhaus, dann spricht er noch Englisch, Französisch, Italienisch, wahrscheinlich auch, weiß nicht, weil er aus der Schweiz kommt, ich bin mir gar nicht sicher und Portugiesisch weiß man nicht genau, spricht er, spricht er nicht, Italienisch spricht er auf jeden Fall noch. Das ist schon sehr, sehr gut und wir haben ja auch Spieler, die aus folgenden, aus den Nationen kommen und die die Sprachen sprechen und wir alle wissen, wie wichtig das ist, dass Spieler gut kommunizieren können mit ihrem Trainer und deswegen haben wir auch Fernandes so hoch geschätzt. Also es gefällt mir schon sehr, sehr gut und was nicht zu vergessen ist Offensivfußball. Also man hat wohl es sehen können, ich habe leider die Spiele nicht gesehen, Leverkusen gegen Bern, hätte man die Euroleague-Spiele gesehen, hätte man auch wahrscheinlich einen Geschmack bekommen können, wie er spielen lässt, aber er scheint sehr, sehr offensiv auch ausgerichtet zu sein. Allein in dieser Saison haben die auch nach 28 Spielen schon 63 Tore geschossen. Das ist krass. Gerade mal ein Spiel verloren, so wie ich das gerade eben gesehen habe. Und taktisch auch sehr variabel, habe ich gelesen. Also der hat irgendwie wohl auch diese Saison schon drei bis vier Systeme oder so spielen lassen. Das spricht halt alles schon sehr, sehr für ihn. Also aus meiner Sicht, klar wird bestimmt auch irgendwelche negativen Punkte haben, die habe ich jetzt natürlich bewusst nicht rausgesucht. Aber ich habe mich schon komplett gehypt. Also wahrscheinlich werde ich sehr, sehr enttäuscht sein, wenn er es am Ende nicht ist. Und es gibt ja noch gar keine Gerüchte, dass er es ist. Deswegen ist die Fallhöhe hier sehr, sehr hoch bei mir. Aber ich habe mich schon gehypt und ich sehe einfach, warum dieser Mann sehr, sehr gut zur Eintracht passen würde. Ja, ein paar Gerüchte gab es um ihn auch schon. Also ich hatte vorhin, als ich mal gegoogelt habe, was denn so an Kandidaten genannt werden, tauchte sein Name schon durchaus auch auf. Ja, nicht so ganz konkretes, deswegen. Aber seine Zukunft hat er noch offen gelassen. Also er hat noch nicht gesagt, ich bleibe. Auch wenn das nicht immer ein Hindernis ist. Ist das dann jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen für uns? Ja, naja, also Spiecher hat ja schon die Absage erteilt. Also kommt der? Hoffentlich. Also aus meiner Sicht hoffentlich. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, vielleicht habt ihr auch andere Kandidaten, aber das ist mein absoluter Trainer-Wunsch-Kandidat momentan. Okay, klingt eigentlich gut. Also eine Personalie, mit der ich mich noch nicht großartig beschäftigt habe. Die Schweizer Liga ist leider nicht in meinem Fokus, aber genauso hatten wir das ja damals auch als Hütter kam. Das war ja keine schlechte Wahl. Nein, auf gar keinen Fall. Ich finde auch dieses Outside-the-Box-Denken, auch wenn das jetzt schon wieder vom gleichen Verein ist, vielleicht gar nicht so Outside-the-Box ist. Personalie, die ich auf der Trainer-Position eigentlich gut finden würde, wäre Ralf Hasenhüttl. Ich finde, das ist etwas, der hat mir, ich konnte auch damals gar nicht verstehen, warum Ralf Hasenhüttl, der dann auch bei RB Leipzig war, warum der da überhaupt hingegangen ist. Ich weiß, es gibt genügend Gründe, die dafür gesprochen haben, der jetzt aber auch schon eine ganze Weile bei Southampton ist und irgendwie ein geiler Typ ist. Ich mag den, obwohl er in Ingolstadt war, obwohl er bei Leipzig war. Das ist für mich ein extrem sympathischer Typ, der auch so dieses, ja, dieses Fußball-Konstrukt einigermaßen durchdrungen hat, ja auch jetzt lange davor in Deutschland auch Trainer war, damals ja auch in Aalen und Unterhagen. Ich kann mir vorstellen, dass der sehr, sehr gut funktioniert und ich glaube auch, dass er diesen Anknüpfungspunkt, über den ich ja immer wieder gesprochen habe, so dieses Kumpelige und auch dieses Gefühl, dass er ein bisschen nahbar ist, dass er das mitbringen könnte und dass er guten Fußball spielen kann. Das haben wir in Leipzig gesehen, dass er Erfolge erzielen kann, haben wir auch bei Ingolstadt gesehen. Ich denke, da ist Potenzial da und natürlich würde das sogar auch mit der Personalie Ralf Rangnick funktionieren, denn die beiden haben ja auch schon zusammengearbeitet. Also das kann ich mir durchaus gut vorstellen. Ich glaube, das wäre eine Option, die würde ich gerne nehmen. In Sachen Vorstandsport muss ich aber sagen, dass ich da relativ wenig konkrete Dinge habe. Wir haben ja immer wieder über dies gesprochen, da wird das gerüchtet. Und ganz ehrlich, da waren ja ziemlich viele Sachen dabei, die im Eintracht-Umfeld gehandelt wurden von Halmstadt, der jetzt wohl abgesagt hat. Wir haben über Spiecher gesprochen, bei dem es ja jetzt nichts wurde. Gehen wir mal von aus. Er hält sein Wort. Also das ist schwierig, aber in Sachen Trainersuche, Hasenhüttl würde ich mich festlegen. Okay. Aber der hat noch einen laufenden Vertrag ins Hausheim. Ja, aber das hört sich alles wachsweich an, weil auch da der Erfolg ist gerade nicht mehr so hundertprozentig da. Die stehen jetzt nicht so mega gut da. Ich kann mir schon vorstellen, dass da mal nach Optionen gesucht wird. Auf beidseitigem Wege. Ich glaube auch, dass es für seinen aktuellen Verein gar nicht mehr so ist, dass sie ihn unbedingt behalten müssen. Okay. Okay. Ja. Dennis? Puh, also ich muss tatsächlich sagen, eine Personalie, die ich viel gehört habe, mit der ich jetzt, ich sage mal, ihr habt jetzt eigentlich auch schon, hauptsächlich die, die ich auch im Hauptfokus schon hatte, gut, das kam neu von, na, Sione von, na, wie heißt der, von Bern. Den hatte ich jetzt nicht, den hatte ich jetzt nicht im Fokus gehabt, aber klar, die anderen zwei waren auch so drin gewesen. Domenico Tedesco war ja auch so eine Nummer, die hier jetzt häufiger, zumindest die ich jetzt häufiger gesehen habe, weiß ich nicht, ob er jetzt wirklich so uns weiterbringen würde. Ich glaube, die letzte Station war in Moskau. Ne, kannst, der kam von, der war doch erst bei Schalke, und ist dann glaube ich nach Moskau. Genau. Ich weiß gar nicht, wie er dann, ist er glaube ich aber auch nicht mehr, oder ist er da noch aktuell? Ich weiß es gar nicht. Der ist bei Spartak noch, oder? Ist noch bei Spartak. Ist er bei Spartak. Seit 2019 immer noch bei Spartak und hat ja da eigentlich auch noch gut an. Also auch relativ erfolgreich, nämlich glaube ich. Ja, genau. Also ich denke mal, im Endeffekt könnte das natürlich vom Stil her, er könnte auch zur Mannschaft passen. Er ist ja auch noch, ich glaube, er ist wirklich noch sehr jung. Das ist schon sowas. Er ist jung, bringt trotzdem diese Gelassenheit, kumpelhaft schon irgendwie auch. Das ist halt einfach auch dem Alter geschuldet. Ich habe gerade nochmal geguckt, 35 Jahre alt erst. Dementsprechend fand ihn eigentlich nicht schlecht. Hat ein bisschen unterperformt hier in seiner Zeit teilweise, fand ich. Hat nicht unbedingt das Maximum rausgeholt, aber ja, im Moment scheint es zu laufen. Und ich denke, vom Spieltypus her könnte das auch passen. Ob es dann im Endeffekt eine Situation, ihr habt es ja schon richtig gesagt, natürlich ist Hasenhüttl, dann fällt einem auch sofort ein, wenn du sagst, okay, der Sportdirektor macht noch Rangnick, dann ist das irgendwie so ein Tandem, was schon mal funktioniert hat. Aber ich weiß nicht, also in meinen Augen nicht ganz unerwartet. Tedesco ist auf jeden Fall ein junger Trainer. Der ist ja jünger als wir, Dennis. Ja, ja, das ist wirklich verrückt. Ja, und ja, also klar, ist auf jeden Fall eine ganz gute Nummer. Und wie gesagt, bei Spartak Moskau funktioniert das ganz gut. Wir erinnern uns alle an den Erfolg, den er ja schlagartig sogar hatte, als er nur eine kurze Zeit wirklich auch in Aue war. Das war eine sehr erfolgreiche Zeit. Ja, bei den Schalke hat es nicht so funktioniert, aber da muss man leider auch sagen, ja, bei Schalke funktioniert halt auch vieles nicht. Interessanter Punkt, nicht der Einzige, der bei Schalke funktioniert. Interessanter Punkt, was ich immer wieder höre, Steffen Baumgart. Den habe ich jetzt auch schon vermehrt gehört. Ja, also, ist auf jeden Fall ein Typ, mit dem kannst du bestimmt ein Bierchen trinken. Ja, aber ist die Frage, kommt danach noch mehr an Grund? Ja, das sehe ich irgendwie tatsächlich, so leid es mir tut, weil ich glaube, es ist ein guter Typ so, sehe ich aber irgendwie nicht für die Aufgaben, die anstehen. Also Champions League und so, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht kann sein, dass er dem gewachsen ist. Ich weiß es aber tatsächlich nicht. Also, da würde ich mich unsicher fühlen, aber klar, fühlt man sich immer, wenn jemand neu kommt. Man weiß auch nicht, bei Vorschlägen aus der Schweizer Liga, ob die dann am Ende den Transfer schaffen in die Bundesliga und hier noch genauso performen wie dort. Ein Risiko ist immer, aber tatsächlich sagt mir mein Gefühl irgendwie, dass Baumgart meiner Meinung nach nicht der richtige ist. Weiß nicht. Trotzdem guter Typ. Cooler Kumpeltyp auf jeden Fall, Marvin, das muss man sagen. Also, wie du sagst, gerne ein Bierchen trinken. Ich weiß aber auch nicht, gerade wenn wir das Ziel haben, Champions League und so weiter. Es ist halt auch, brauchst du normalerweise einen, der so ein bisschen internationale Klasse mitbringt und das ist, weiß ich nicht, ob der Baumgart wirklich der richtige wäre. Ja, das ist halt, du habt ja recht, aber es ist momentan, es ist halt sehr, sehr viel gerade, was gerüchtet wird auf der einen Seite, aber am Ende machen wir natürlich hier die Rechnung komplett ohne den entscheidenden Faktor und das ist die Bobic-Nachfolge. Die muss erst mal geregelt werden und wenn wir dann wissen, wer der Bobic-Nachfolger ist, ich glaube, dann wissen wir auch mehr, wer dann der potenzielle Nachfolger von Hütter sein könnte. Ich habe auch oft Jesse Marsch gelesen. Wollte ich gerade sagen, den hatte ich jetzt auch gerade noch auf der Liste, das war auch so ein Name, den ich das öfter gelesen habe, der ja auch aus diesem ganzen Red Bull-Konstrukt ja wieder kommt, der ja irgendwie in New York da unterwegs war, der ja als Co-Trainer in Leipzig war und jetzt als Cheftrainer in Salzburg ist. Genau. Und du wirst kaum Leute haben, die das nicht mehr. Also in fünf Jahren hat jeder irgendwann so eine Vergangenheit. Das ist leider, wie es ist. Das ist leider das Red Bull-Konstrukt mit den ganzen Ablegern. Das wirst du so haben. Aber wenn wir neben den Tränen halt nochmal gucken, wer ist denn wirklich als Sportvorstand möglich? Da haben wir ja zuletzt auch den Bielefelder Sami Arabi gehört. Da könnte was sein, da hat er dort Geschäftsführer Sportes und das auch schon sehr, sehr lange macht, auch durchaus erfolgreich. Du siehst es, die sind jetzt in der Bundesliga. Das wäre so ein Ding. Wir haben über Halmstadt gesprochen. Ja, keine Ahnung. Es ist echt, echt eine tricky Situation und auf dem Niveau dann halt auch Leute zu finden, die dann noch zum Verein passen. Das ist keine einfache Aufgabe. Was ist denn eigentlich aus dieser Fjordhoff-Thematik geworden? Die war doch da auch mal irgendwie so kurz gerüchtet. Hat sich da nochmal was getan? Also ich weiß nur, dass Fjordhoff nichts ausgeschlossen hat, aber es geht im Endeffekt nicht darum, also von ihm geht es jetzt gerade, also ich glaube, es gibt keine Signale und es gibt keine wirklichen Gespräche. Er wird es nicht ausschließen, aber ich glaube, da muss auch erstmal jemand an ihn herantreten und das ist jetzt nicht der Fall gewesen. Wir bekommen hier gerade vom Happy Apple eine Nachfrage, die ich gelesen habe, und zwar, was wir von David Wagner halten würden. David Wagner wäre natürlich insofern ganz cool, weil er natürlich Hessen kennt, kennt das Umfeld, kennt die Bundesliga und er hatte leider auch Pech, dass er bei einem Verein war, bei dem nicht wirklich viel zusammen lief. Was haltet ihr von David Wagner? Den hatte ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm, fände ich aber, glaube ich, gar keine so schlechte Lösung. Wie gesagt, wie du schon sagst, er kommt aus der Gegend, er hat auch durchaus Erfahrungen gesammelt. Als Trainer dann natürlich, ne? Als Trainer dann gesammelt, ja. Ähm, okay, ja, Schalke, jeder macht in seinem Leben mal Fehler. Er kam vorher von Huddersfield oder sowas. Korrekt, genau. Da war er vier Jahre, also jetzt auch nichts, wo du jetzt sagst, da hast du nichts irgendwie gelernt. Und ist jetzt... Ich glaube, man darf sich von Schalke nicht so blenden lassen. Das war eher für einige Trainer jetzt ein schweres Pflaster. Also ich weiß nicht, wie sehr das dann letztendlich am Trainer hängt. Das ganze Ding ist ja komplett explodiert. Also ich glaube, es ist schwer, da eine Einschätzung zu treffen, was ein Trainer wirklich kann oder zu was ein Trainer mit einem etwas stabileren Verein imstande ist, weil das ist halt, ja, ein schweres, ja, ein sehr, sehr schlechtes Maß der Dinge einfach. Ja, ist es. Also genau das ist es. Und er kam halt zu einer schwierigen Zeit und da war es ja am Anfang auch nicht komplett kacke. Also es ist echt nicht einfach. Wir haben ja Haddersfield gesehen, das kann gut funktionieren. Mit denen hat er diesen sensationellen Aufstieg geschafft. Davor ja auch bei Dortmund 2 für viele positive Schlagzeilen gesorgt in diesem Maße. Das könnte auch eine Option sein. Ich würde es nicht ausschließen wollen. Er ist auch noch relativ frisch. Er kennt die Eintracht, hat ja damals auch hier gespielt. Ganz, ganz jung gewesen. Hier kommt ja aus Geinsheim hier so der Ecke. Wie gesagt, nicht so wirklich. Ja, ist jetzt kein mega krasser Spieler gewesen bei der Eintracht. Hat ja dann seine spätere Karriere dann auch. Gerade man kennt ihn tatsächlich ja durch Schalke. Aber er hat diese Bewandtnis, er hat diese Nähe und er kennt sich hier aus. Er ist wie gesagt auch hier geboren. Würde ich gar nicht so schlecht finden. Ich glaube, das könnte auch mit Frankfurt funktionieren. Auch mit den Fans. Weißt du denn auswendig, wie viele Spiele er für die Eintracht gemacht hat? Es ist ruhig. Ich weiß es nicht. Marvin ist aber, glaube ich, einfach rausgeflogen. In dem Moment fliegt er wieder raus. Wie viel war es? Extra disconnected in dem Moment. Du hast extra aufgelegt, weil du die Antwort nicht wusstest. Nein, ich wusste die Antwort nicht und ich habe es aber jetzt nicht gehört. Achso, ich habe es noch nicht gesagt. Es war exakt ein Spiel und da wurde er tatsächlich auch nur eingewechselt. Du je, wie nicht. Anthony Yeboah raus und er wurde eingewechselt. Am 16. März 1991 gegen den VfL Bochum unter Trainer Jörg Berger. Das war das einzige Spiel, was er für die Eintracht bestritten hat. Und ich hatte jetzt die Angst, dass er total viele Spiele gemacht hat. Die meisten Spiele hat er tatsächlich für Mainz gemacht, von 91 bis 95. Da hat er 94 Spiele für Mainz gemacht. Na gut, dann wissen wir da Bescheid. Aber David Wagner wäre auf jeden Fall eine Lösung und wenn wir ganz viel Geld haben und uns wirklich überlegen, wer könnte der neue Vorstand Sport werden, Christian Seifert will ja dieses Jahr aufhören. Bei der DFL. Also, da weiß ich nicht. Dann vielleicht doch nochmal irgendwie. Ich lasse euch die Arbeit mal machen. Ich finde, Christian Seifert hat eine gute bei der DFL gemacht. Aber klärt ihr das mal untereinander. Ja, er hat einen guten Job bei der DFL gemacht, aber den Schritt dann jetzt da wieder so Alltagsgeschäft in einem Profi-Club, weiß ich nicht. Wir reden ja nicht über Jogi Löw. Ja gut, aber ich glaube, du bist schon, also, sowas kann ein Charakter von einem Menschen schon sehr negativ beeinflussen, wenn du so lange beim DFL oder beim DFB warst. Sehr gut. Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall spannend. Wir haben eine Reihe von Namen. Hoffen wir jetzt jedenfalls, dass jetzt Schwung in diese Thematik kommt, dass jetzt unter dieses Thema Bobic jetzt auch ein Schlussstrich gezogen wird und da Einigkeit herrscht, dass man jetzt einfach Ruhe hat, dass die Mannschaft sich jetzt auf die letzten sechs Spieltage konzentrieren kann und dass dadurch, dass jetzt Hellmann als Vorstandssprecher festgelegt wurde, da jetzt auch ein bisschen mehr Struktur in diese ganze Thematik reinkommt und wir jetzt positiven Nachrichten bekommen. Ich hätte jetzt gerne positive Nachrichten in der Zukunft. Das wäre jetzt wichtig. Jetzt haben wir hier schon über eine Stunde gesprochen und wir haben noch keine einzige Minute über das Spiel vom vergangenen Wochenende gegen den VfL Wolfsburg gesprochen. Du wolltest auch positive Sachen haben. Ich wollte positive Sachen haben. Da gab es positive Sachen, sogar viermal positive Sachen, was, um das nochmal zu verdeutlichen, ein Tor mehr ist, als Wolfsburg vor diesem Spiel in der kompletten Rückrunde kassiert hat. Haben wir denen mal eben vier Stück eingeschenkt und ich überlasse euch jetzt die Wertung, welches von diesen vier Toren denn das Schönste war. Wir sagen nochmal die Torschützen. Das Erste war Kamada. Dieser wunderbare, die Reingabe kam, glaube ich, von Durm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Genau, die Rode dann da durchlässt in der Mitte und Kamada dann da das Ding durchschiebt. Dann hatten wir das zweite Tor von Jovic, nachdem Silva das Ding dann da von der Linie kratzt und er ist mit einer absoluten Präzision und trotzdem Gewalt da zwischen Torwart und kurzem Pfosten eindübelt. So wie wir ihn von früher kennen. Da war mal wieder der alte Jovic dann kam das 3 zu 2 war es dann nachher, also das dritte Tor für uns, durch Silva, nachdem Kamada mit absoluter feiner Klinge im Pressing den Ball erobert und dann da auf Silva spielt. Ich darf, glaube ich, seit diesem Spiel nichts mehr Negatives über Daichi Kamada sagen. Und dann hatten wir am Ende noch Erik Durm nach Vorlage von Silva, der dann den Ball auch wieder so ein bisschen halb auf der Außenbahn dort irgendwie schafft und dann da reinschiebt und Durm mit mehr Willen als Können das Ding dann da irgendwie über die Linie zaubert. Ja, was war denn von den vier Toren euer Liebling? Patricia, fang du doch mal an. Ich schwanke gerade zwischen dem Kamada-Tor und dem Jovic-Tor. Einfach, weil es mich erstens für Kamada sehr, sehr freut, dass er jetzt auch einen erfolgreichen Torabschluss hatte. Oh ja, 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 ja. Weil wir uns da ja schon auch zu Recht oft über die Torjäger-Qualitäten geäußert hatten. Ja, das freut mich sehr, dass er da auch getroffen hat und das war auch sehr, sehr schön gemacht, also wie Rode den noch durchlässt und hat mir gut gefallen. Andererseits hat mir auch das Jovic-Tor sehr, sehr gut gefallen, einfach weil das, wie Dennis schon gesagt hat, der alte Jovic nochmal war mit dem Hammer, den er da reinhaut und mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, wie Silva sich da durchgesetzt hat. Also das war ja nicht so, dass er frei gelaufen ist. Er hatte ja schon noch einen Gegenspieler, den er erstmal abhängen musste und dann noch von der Grundlinie den so reinzubringen. Perfekt auf Jovic. Und dann hat man auch gesehen, wie die beiden zusammen gefeiert haben und sich irgendwie einfach gegenseitig auch die Tore gönnen. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das heißt, ich werde mich jetzt auch nicht entscheiden und ich nehme beide Tore als mein Lieblingstor und die können mich dagegen tun. Ich sehe schon, hier herrscht vollkommen eine Anarchie, aber ich mag das. Marvin, was war denn dein Lieblingstor? Naja, jetzt nur, mich dagegen zu entscheiden, nehme ich einfach das Gurkentor von Durm. Naja, weil im Endeffekt hat er immer getroffen. Er hat seinen wirklich interessanten Aufschwung, den ich ihm nicht zugetraut hätte. damit ein wenig vergoldet ist, zeigt sich selbst, wenn selbst Durm trifft, ja, dann kann die Eiterat wirklich alles schaffen. Wenn selbst Durm derjenige ist, der hier ein Tor erzielt und auch ein erneut sehr gutes Spiel gemacht hat, in diesem Gesamtkonstrukt, was immer wieder auch von Ausfällen begleitet ist, wir dürfen nicht vergessen, ein Hasebe hat nicht von Anfang an gespielt. Ein Younes, ein Goldspieler, hat nicht von Anfang an gespielt. Und das ist natürlich eine Qualität. Deswegen freue ich mich und nehme einfach das Tor für Durm und sage gerne weiter so, mein Lieber. Dennis? Gut, dann nehme ich jetzt, also ich muss sagen, mein absolutes Lieblings-Tor, muss ich wirklich sagen, war einfach das zweite Tor für die Eintracht, Jovic, weil ich einfach wirklich sofort gedacht habe, geil, Jovic ist back. So will ich ihn sehen. Super vorbereitet. Ich muss aber tatsächlich auch sagen, dass 3-2, auch diese Durchsetzungskraft von Kamada, der ja sowieso einen goldenen Tag hatte, und das ist der Kamada, den wir sehen wollen. Wenn er dann auch noch die Abschlüsse selbst machen kann und wir haben oft genug zurecht, wirklich, Patrizia, genau wie du sagst, oft genug zurecht kritisiert, was für ein Kinderschuss oder dass er dann aus dem Meter dann so einen Roller macht und so weiter, bin ich immer fast ausgerastet. Das hat mich super gefreut, aber gerade bei der Situation auch, wo ich noch gedacht habe, oh, ist das faul oder ist das Dings, aber da hast du mal gesehen, er setzt sich körperlich durch, was wir so oft nicht gesehen haben. Dieser Wille, dieses, ich will hier was reißen, Kamada hat da wirklich mal nicht diesen, ich habe den gesenkten Kopf und jetzt geht nichts weiter, sondern den Willen gezeigt, weiterzumachen, super Pass auf Silva und der macht das natürlich nach in Torjäger-Manier, total genial, hat mir auch einfach gut gefallen und ich mache es jetzt auch einfach wie die Patrizia und sage, ich entscheide mich jetzt nicht endgültig, sondern die Tore sind für mich alle sehr, sehr schön gewesen. Sehr gut, ihr merkt, wir sind hier gerade in einer sehr guten Stimmung. Political Correctness. Ja, nein, nein, das ist auch einfach wichtig, mal hervorzuheben, es gibt halt auch eigentlich nur geile Sachen und das ist so ärgerlich, wir haben jetzt über eine Stunde wirklich über die Nebenkriegsschauplätze gesprochen, wir müssen festhalten, diese Eintracht, die regelt hier momentan alles. Wir haben letzte Woche davon gesprochen, das wichtige Spiel, das ist Wolfsburg, wir haben aber davor schon gesprochen, das wichtige Spiel, das ist Dortmund, die gewinnen einfach alle, die gewinnen Dortmund, die gewinnen dieses krasses Spiel, auf einem Niveau geführt, was ich selten bei der Eintracht gesehen habe. Und also nicht nur bei der Eintracht, sondern auch beim Kekner. Das war für mich einer der besten Spiele, die ich von Wolfsburg jemals gesehen habe, weil ich nicht so viele Spiele von Wolfsburg gesehen habe. Das ist wahrscheinlich eins der beiden Spiele von Wolfsburg, die du in dieser Saison gesehen hast, oder? Richtig, richtig, ja, ja, genau. Also ich weiß nicht, ob ich noch eins bewusst erlebt habe, aber ich erkenne an, ein unfassbar hohes Niveau. Wolfsburg hat sehr, sehr viele Chancen gehabt, die Eintracht war unfassbar effizient und wir haben nur noch einen Punkt Abstand auf Wolfsburg und wie gesagt, sieben Punkte, sieben Punkte Abstand auf Dortmund, die jetzt auch wieder anfangen zu punkten, es bleibt unfassbar eng dort. Was aber auch knapp war, also ich habe mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass Stuttgart da in Führung gegangen ist. Ich habe mich sehr geärgert, als Dortmund am Ende irgendwie gewonnen hat und unentschieden wäre tatsächlich ausreichend gewesen für dieses Spiel Stuttgart gegen Dortmund, meiner Meinung nach. Finde ich auch. Ja, Stuttgart sowieso auch eigentlich ganz gut. Bisschen ärgerlich, aber gut, wir müssen halt, ihr seht, wir müssen weiter brutal punkten. Ich muss auch sagen, bei dem 4 zu 3, klar könnte man sagen, die Abwehr wäre nicht ganz so optimal gewesen. Nee, Bullshit. Gegen so eine Mannschaft, da kassierst du halt Gegentore. Natürlich, das Letzte muss nicht sein und wir erinnern uns, dass dieses zweite Gegentore, ja, ja, ja. Ich wollte schon sagen, also sie haben es ein bisschen sehr unnötig spannend gemacht. Ich fand das erste schon irgendwie schwierig. Du hast dann, Wolfsburg hatte einen Einwurf irgendwie näher der Mittellinie. Du hast eigentlich zwei Spieler, die dagegen stehen und du lässt den Spieler so komplett unnötig an dieser Stelle zu einem Schuss kommen. Das war schon irgendwie, mäh. Dann hast du das zweite, wo dann Silva, nee, nicht Silva, Ilsanca, das Ding dann dann auch blöd irgendwie abfälscht, ansonsten hätte Trapp den gehabt. Also da waren halt auch so ein paar, man hat es unnötig spannend gemacht, aber ja, am Ende ist die große Qualität der Eintracht in dieser Saison einfach, dass so Spiele, die wir in der Vergangenheit am Ende noch haushoch verloren hätten, dass wir die für uns entscheiden, dass wir die nötigen Punkte machen und du hast gesagt, wir haben sieben Punkte Vorsprung auf Dortmund. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben jetzt auch neun Punkte Vorsprung auf Leverkusen. Die haben nämlich in diesem Montagsspiel, was es am Ende ja war, ein Montagsspiel der zweiten Liga würdig 0-0 gegen Hoffenheim gespielt. Also wir haben halt einfach unsere Hausaufgaben an dem Wochenende mehr als deutlich gemacht. Aber eine Frage habe ich an euch und zwar, der Spielverlauf war ja denkbar, René, du hast eben gerade nochmal schön aufgezeigt, denkbar schlecht. Du fängst hier an und wir waren uns doch alle einig, dass wir gesagt haben, auf keinen Fall gegen dieses Bollwerk ein Tor fangen früh, sondern lieber selbst früh eins machen, dass wir aufmachen müssen, dass wir viele Tore machen können. Dann fängst du in der sechsten Minute dieses beschissene Tor auf gut Deutsch und dann hast du diese Moral und das ist doch das, was genial ist und knallst zwei Minuten später den Ausgleich rein. Dann hast du im Endeffekt, wie gesagt, dann was mir auch einfach Hoffnung gemacht hat und René, du hast es glaube ich in deiner Einleitung schon gesagt, drei Tore hatten die bisher in der Rückrunde gefangen. Das ist natürlich dann genial, dass du diese Qualität hast. Vier Torschützen, vier Tore gemacht, vier unterschiedliche Torschützen, das wollte ich so, so wollte ich sagen. Das ist schon echt krass und hier siehst du auch und das ist genau der Punkt, Wolfsburg haben wir ja oft genug eigentlich probiert, wieder ins Spiel zurückzubringen. Diese blöde Situation direkt nach der Halbzeit, wo sie dann im Endeffekt den Ausgleichstreffer machen und das Tutor-Tor hinten, gut, hat ja dann zum Glück war spät genug, das Tutor-Eigentor. Aber das sind alle Situationen, Wolfsburg hat es eigentlich an dem Tag nicht wirklich, obwohl sie viele Chancen hatten, haben wir es trotzdem hinbekommen, sie im Schach zu halten und da ist auch, vorhin haben wir die Personale auch mal angesprochen, auch wenn wir ja gesagt haben, wir wollen weg so ein bisschen von dieser Einzelkritik oder Einzellob, hat Ilsanke auch wieder stark gemacht, nämlich Wichhorst hat ja wirklich in vielen Situationen, außer natürlich an der, wo dann auch Ilsanke beteiligt war, nicht wirklich was zu melden gehabt. Einer der gefährlichsten Stürmer, die auch hier rumlaufen, ist schon wieder so eine Qualität, wo du sagen musst, wow, das ist wirklich klasse, dass hier die Spieler einfach über sich hinaus wachsen, eigentlich eine Notfalllösung, die im Endeffekt hier gut performt, die Abwehr, auch wenn Tutor dann das Eigentor macht, kannst du dich nicht beschweren. Wir haben so viele Situationen gehabt, wo wir gesagt haben, oh Gott, Abraham fällt weg, jetzt muss da Tutor die ganze Saison noch spielen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Völlig unbegründet. Wenn wir jetzt im Nachblick bis jetzt stand jetzt, muss man da nur wirklich sagen, 28. Spieltag, genial, ich bin wirklich super zufrieden, die Kaderplanung passt, trotz Verletzten und so weiter, die Mannschaft funktioniert. Wir haben eine geniale Offensive, die sogar es hinbekommt, gegen Wolfsburg, gegen das Bollwerk, vier Tore zu machen. Es ist einfach nur geil und das ist die Hoffnung und das muss einfach, das ist das, was wir mitnehmen müssen für die nächsten Spiele. Das muss in den Köpfen bleiben, nicht diese Scheiße, über die wir die erste Stunde gesprochen haben, abgehakt, das muss hinten im Hintergrund laufen, das muss funktionieren, wir müssen natürlich planen und so weiter, aber diese Moral, dieses, das System funktioniert, komme, was wolle, wer spielt, macht hier, Durm schießt Tore, Leute, was ist denn hier los? Also, das ist, eigentlich, es funktioniert alles, dieser Flow muss eigentlich mitgenommen werden und nicht dieses, oh, jetzt ist auch noch der Hütter weg, ach du jemini, was machen wir denn jetzt? Einfach, es hat funktioniert, Marvin hat es auch nochmal gesagt, Dortmund war auch so ein Spiel, wo wir vorher gesagt haben, oh Gott, Dortmund kommt, weggefrühstückt, abgefrühstückt, weg geht's, nächster kommt, jetzt einfach am Wochenende genauso machen und wir sind doch, dann fragt hier wirklich keiner mehr und dann dürfen wir nächstes Jahr die schöne Hymne hören, hoffe ich, zumindest. So ist es. So, haben wir noch irgendwas zu dem Wolfsburg-Spiel zu sagen? Nicht so wirklich, also wie gesagt, ich will nochmal hervorheben, dass der Gegner echt krass war, also das war echt ein extremes Niveau, dass die da oben stehen, kann ich absolut nachvollziehen, auch wenn ich, also, ja, es ist ein krasses Team, aber geil, dass die Eintrad auch sowas gewinnt und dann, wie gesagt, dass wir auch uns nicht das ist, ich kann es nicht oft genug sagen, dass wir nach so einem dummen Gegentor, wir kommen rein, direkt nach Anpfiff, zweite Halbzeit, so ein dummes 2-2 und die Eintrad performt einfach weiter, Silber immer, Silber ist eine unfassbare Granate, das ist ein Weltstürmer, das muss man wirklich mal sagen, wie der sich entwickelt hat bei der Eintrad, das ist nicht zu fassen, dass er alles erfüllt hat, was sich irgendjemand irgendwie von ihm versprochen hat und dass wir dann auch noch, selbst als es brenzlig wurde, das Eigentor von Tutor kann mal passieren, dass wir es dann noch über die Zeit gerettet haben. Eine andere Eintracht wäre da mit 4-4 vom Platz gegangen. Stimmt, ja. Ja, das ist richtig. Gut, dann lass uns mal nach vorne schauen auf den nächsten Gegner. Wir hatten es vorhin ein paar Mal schon angesprochen. Der nächste Gegner heißt Borussia Mönchengladbach, gegen die dürfen wir spielen am Samstag 15.30, die am vergangenen Wochenende 2 zu 2 gegen Bielefeld gespielt haben und so ein bisschen Last mit aus diesem Spiel mitnehmen werden in das kommende Spiel. Kramer fehlt mit Gelbsperre nach der fünften gelben Karte und noch viel wichtiger vermutlich Sommer fehlt, der nach einem ja Faul an wer war es nochmal? Cordoba? Ich glaube ja, ne? Die rote Karte gesehen hat und jetzt für zwei Spiele pausieren darf, also am Wochenende auch nicht dort stehen wird und auf unserer Seite könnte es sogar sein, dass Martin Hinteregger wieder dabei ist. Zumindest war heute die frohe Kunde, dass er wieder am Mannschaftstraining teilnimmt, dass er soweit schmerzfrei ist und natürlich den totalen Ehrgeiz hat und da gerne am Samstag wieder auf dem Platz stehen will. Das ist die Frage, ob es dafür noch rechtzeitig wird, aber ich sag mal so, da stehen schon eher so ein bisschen die Zeichen auf unserer Seite. Du kannst zwar gegen Gladbach verlieren, aber du kannst auch gegen Gladbach gewinnen, oder? Marvin? Das ist richtig, du kannst gegen Gladbach verlieren, gegen Gladbach gewinnen, kannst auch unentschieden spielen. Ja, wir sind eh unentschieden. Nein, klar, also ich, wie gesagt, ich habe wirklich nur die Hoffnung, dass jetzt diese ganzen Störfeuer, selbstgelegten Störfeuer leider auch von Hütter der Seite, beziehungsweise, na klar, hat es nicht selber gemacht, sondern eher vielleicht von Dortmund oder so lanciert, kann ja alles sein, weil die haben bestimmt Valides Interesse, dass es uns nicht so gut geht. Ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich kein Eberl-Ding ist, wollte ich auch noch mal ganz kurz einstreuen, aber ich kann mir das wirklich von Dortmund der Seite, kann ich es mir echt vorstellen, weil die spielen mit allen Seiten. Aber noch, um darauf zurückzukommen, die Eintracht hat dieses Potenzial und sie muss an sich glauben, sie muss an das große Ziel glauben und wenn auch Hütter es hinbekommt, seine Mannschaft dementsprechend zu motivieren, dann klar, dann ist alles möglich. Wir haben geile Spieler, wenn ein Hinteregger zurückkommt, vielleicht erst mal auf der Bank Platz nimmt, dann auch noch mal reinkommt, der hat auch immer, der war ja auch mal in Gladbach, hat ja da auch eine interessante Zeit gehabt, nicht hundertprozentig erfolgreich, wobei aber auch war schon gut. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass die Eintracht da sehr, sehr gut performt und auch da vielleicht wirklich mit einem Dreier rausgeht. Patricia, was ist denn so deine Hoffnung für das Gladbach-Spiel? Ja, die Formkurve spricht eigentlich halt für die Eintracht, wenn man sich da jetzt nicht beirren lässt von den ganzen Geschichten um Hütter und Gladbach und das ist unfassbar nervig, ja, aber trotzdem ist die, wenn man die Mannschaft gegen Wolfsburg gesehen hat, wenn sie so gegen Gladbach spielen, dann schaffen sie auch Gladbach. Also es ist jetzt nicht so klar, die haben einen Knicks in ihrer Saison, sehr starken, aber die waren jetzt auch nicht, die haben halt manche Spiele auch verloren, ja, weiß nicht, ob es Dummheit war, ob es auf jeden Fall, die waren nicht immer die deutlich schlechtere Mannschaft. Also es ist jetzt nicht, dass man die unterschätzen darf und sagen kann, ach ja, Gladbach, die haben gerade eh keinen Lauf, das geht schon. Das nicht, aber man muss halt schon anerkennen, dass die Eintracht da momentan einfach krasser performt und ich glaube, wenn man das auf den Platz bringt, das ist jetzt halt so eine Phrase, wo man sagt, ach ja, wenn man sich auf die eigenen Stärken besinnt, blablabla, aber es ist momentan halt so, also wenn die Eintracht Wolfsburg schlagen kann, wenn die Eintracht Dortmund schlagen kann, dann kann sie halt auch Gladbach schlagen, ich sehe halt nicht, was dagegen spricht. Vor allem nicht, wenn die auch noch den zweiten Torwart vielleicht ins Tor stellen müssen, ich weiß gar nicht, der war auch irgendwie angeschlagen im letzten Spiel, weiß nicht, inwiefern der sich jetzt schon erholt hat oder ob die vielleicht sogar mit dem dritten Torwart spielen müssen, keine Ahnung, ja, aber auf jeden Fall, ja, die Zeichen stehen ja eigentlich gut. Ja, es kann auf jeden Fall, es kann auf jeden Fall so sein, ja, Tobia Sippel, da ist letztens drin gewesen, wir kennen ihn auch, war ja zwischenzeitlich auch mal ein gut gehandelter Erstligatorhüter, jetzt wie gesagt, zwei Torhüter bei Gladbach, ich glaube, das kann alles mit rein spielen, kannst auch den an einem schlechten Tag erwischen und wie du so richtig gesagt hast, die Formkurve ist bei der Eintracht deutlich besser, natürlich hat sich Gladbach auch wieder erholt nach diesem extrem schlimmen Tief, wo sie eigentlich fast alles verspielt haben, wo sie gegen Mainz verloren haben, natürlich auch gegen gute Gegner wie Leipzig, aber auch gegen Augsburg musst du, wenn du in der Champions League sein willst, auch besser performen, gegen Köln verloren, ja, die Eintracht ist dementsprechend wesentlich formstärker und ich glaube, da geht einfach was und wenn wir die wichtigen Spiele aus dem Spiel nehmen, wenn Thüram extrem eng angegangen wird von einem Ilshanker vielleicht, wenn die passgenauen, wenn die ganz genauen Grätschen wieder so laufen, wenn ein Player aus dem Spiel genommen wird und wenn wir vielleicht auch Stindl so ein bisschen auf den Füßen stehen und gleichzeitig unser eigenes Offensivspiel dem Ganzen aufdrängen können, dann geht da was, Dennis. Ja, gehe ich voll mit, wie gesagt, also ihr habt es schon wunderbar ausgeführt. Du musst einfach genauso performen wie die letzten Wochen beziehungsweise die letzten Spiele mit demselben Ehrgeiz und dann hast du auch gegen Gladbach auf jeden Fall eine Chance. Ihr habt recht, dass diese extreme Tiefphase so ein bisschen überwunden wurde, dass dann haben sie mal 3-0 gegen Schalke gewonnen und 2-1 gegen Freiburg und dann kam jetzt wieder mit der Hertha das 2-2. Muss man natürlich ein bisschen relativieren, weil es wirklich mit roh der Karte und was weiß ich, was da noch für ein Tumult alles war. Das ist natürlich schon so, dass die wieder ein bisschen auf dem aufsteigenden, ja, mehr wieder in der aufsteigenden Ast sind oder besser im Spiel sind. Trotzdem müssen wir da keine Angst haben, denn auch da ist es so, in der Mannschaft stimmt es halt hundertprozentig, das passt einfach die Saison nicht und das müssen wir einfach ausnutzen und ihr habt es richtig gesagt, unser Problem ist ja zum Glück hier definitiv nicht die Offensive. wenn wir hinten dann noch ein bisschen wieder auch diese Stabilität finden, ihr habt es ja gesehen, selbst wenn du dem Gegner einigermaßen viel Raum lässt oder der Gegner relativ viele Torchancen hat, müssen wir halt einfach wieder effizient sein und dann können wir hier auf jeden Fall wieder Punkte mitnehmen und ihr habt es schon richtig auch nochmal, was ein wichtiger Punkt ist, du musst ja nicht dreifach punkten. Es wäre schön, weil du im Endeffekt alles selbst in der Hand hast, es wäre geil, um Ruhe in den Verein zu bringen und so weiter und so fort. Trotzdem gegen Gladbach, es ist immer noch Gladbach und kein totaler Provinzklub, den wir hier spielen und dementsprechend kannst du hier auch leider Punkte liegen lassen. Das muss uns klar sein und das muss im Endeffekt auch in der Bewertung drin sein. Trotzdem, ich wünsche mir, dass die Leistung wieder genauso ist und das Ergebnis werden wir dann sehen. Die anderen müssen auch erstmal ihre Spiele gewinnen. Gut, jetzt Dortmund ein relativ einfaches Spiel gegen Bremen wahrscheinlich. Bremen rutscht nicht mehr ganz unten rein, glaube ich. Also deswegen, die werden jetzt echt nochmal performt, da gehe ich von aus. Wolfsburg muss gegen die Bayern ran. Ja, das ist auch ein interessanter Punkt. Wolfsburg hat ja ein totales Horrorprogramm hinten raus. Ja, genau. Also ob wir dann vielleicht nochmal auf die drei rutschen. Nee, zwinker, zwinker, aber kann man drüber nachdenken. Unmöglich ist es nicht. Wir holen einen Punkt gegen Tattbach, die verlieren gegen die Bayern. Ja, und Leverkusen, die ja auch jetzt eigentlich schon ein bisschen abge, schon ein bisschen weiter hinten sind, bei denen ist es ja auch so. Das wird ein spannendes Spiel. Leverkusen gegen Köln. Gegen Köln. Mit Funkel. Funkel. Alle Mann auf die sechs. Auch wieder Support. Ja, genau. Ja. Also das wird auch ein spannendes Spiel. Ist auch das Spitzenspiel am kommenden Spieltag. Zu Recht, meiner Meinung nach auch. Geil. Funkel reloadet, er ist doch wieder da. Geil. Ja. Teil 248. Ja. Ja, also wird auf jeden Fall interessant. Interessant ist jetzt auch die Frage, wie ihr aufstellt. Ich habe schon mal so ein bisschen was in die Aufstellung reingebastelt. Ich gehe jetzt mal so davon aus, dass wir wenig Änderungen sehen werden. Ich sehe trotzdem zwei Positionen, wo eventuell Änderungen möglich sind. Nämlich einmal die Frage Hinteräger oder Ilzanka. Und die zweite Frage, wer spielt neben Sow, Rode oder von Beginn an Hasebe? Wow, also ich würde sagen, bei der ersten, ich würde wahrscheinlich Ilse noch mal drin lassen. Also das ist eine ganz, ganz, das ist eine ganz schwierige Entscheidung, weil auf der einen Seite glaube ich, dass Hinteräger komplett motiviert sein wird. 200 Prozent mindestens. Ja, Ilse hat es aber auch sehr, sehr gut gemacht, ist vielleicht auch gerade ein bisschen besser jetzt logischerweise drin. Also ich würde wahrscheinlich Ilse jetzt drin lassen und bei der anderen Thematik würde ich ebenfalls weiter mit Rode gehen. Aber gut, wie seht ihr das? Ja, also ich würde sagen, bei Hinti ist das Ding, da hatte ich letzte Woche glaube ich schon gesagt, wenn er fit ist, dann gerne rein, ist dann nicht fit geworden. Jetzt habe ich aber auch gelesen, er hat weite Teile des Mannschaftstrainings absolviert, das heißt ja auch nicht alles. Ich weiß nicht, ob er dann nicht vielleicht einfach noch nicht zu 100 Prozent fit ist. Also ich glaube, ich würde sogar, wenn angesichts dessen, dass es ja auch eine englische Woche ist dann noch, könnte ich mir sogar vorstellen, dass er einfach das Spiel noch aussetzt. Jetzt Ilse das einfach weitermacht, weil er es auch gut macht, weil er drin ist im Flow, er ist fit, alles gut. Hinti hat noch ein paar Tage mehr zum Trainieren und kann dann gegen Augsburg, hat auch eine Vergangenheit mit Augsburg, noch motivierter, vielleicht 300 Prozent motiviert auf den Platz gehen und dann da wieder abräumen. Würde ich vielleicht sogar mit Ilse gehen nochmal, bis dann, ja und Hinti einfach noch die Zeit geben für sein Comeback, was ja dann jetzt sowieso ansteht. Also ich glaube nicht, dass er lange auf der Bank sitzen wird. Das definitiv nicht. Im Mittelfeld. Ich muss aber auch dazu sagen, Hinteregger hat jetzt vier Wochen keine tatsächliche Spielpraxis, also das ist auch eine lange Zeit. Ja, deswegen. Und im Mittelfeld, ja, ist die Frage. Also von mir aus auch gerne wieder Rode Sow. Ich, ja, tue mich sehr, sehr schwer, zwischen Rode und Hasebe zu entscheiden. Aber keine Ahnung, man kann ja Rode Sow aufstellen und zum Stabilisieren dann vielleicht Hasebe reinbringen gegen Ende, was ja auch gegen Wolfsburg dann hätte klappen können, kam dann ein bisschen spät. Ich hätte mir, wie ich glaube, Marvin war auch die Person, die sich das schon viel, viel früher gewünscht hat, hätte mir tatsächlich auch gewünscht, dass er irgendwie ein bisschen früher zum Stabilisieren einfach reinkommt. Das kann man ja auch wieder so handhaben. Also da wird sowieso eine Rotation stattfinden, müssen irgendwann in diesen drei nächsten Spielen jetzt, weil das ist ja schon eine hohe Belastung. Genau. Ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, das dürfen wir nicht vernachlässigen. Es ist englische Woche, wir spielen am Dienstag dann schon wieder gegen Augsburg und dann am Wochenende drauf ist ja Leverkusen-Time, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es wird sich so oder so jetzt nochmal ein bisschen auch hinten raus, der ein oder andere Spieler nochmal rausrotieren. Du hast mir aufgefallen, dass doch der ein oder andere jetzt vor einer Sperre wieder steht. Vierte gelbe Karte, ich weiß gar nicht, ob es Rode auch betrifft. Rode hat die neunte, der darf noch ein oder die neunte. Also genau, also deshalb, da wird der ein oder andere wird uns dann leider dann auch nochmal ausfallen im Endspurt, aber der Karte gibt das ja auf jeden Fall her. Ich gehe auch voll mit euch. Hinti tatsächlich einfach begründet damit, jetzt vier Wochen gar nicht gespielt. Laut Aussage wirklich noch nicht Vollgas im Training. Das ist für mich, glaube ich, auch eine Option, die ich eher dann in Augsburg sehe. Und Ilsanke hat ja auch eine ordentliche Partie jetzt gebracht. Dementsprechend verstehe ich da auch noch die Problematik. Bei Rode, muss ich sagen, kann ich es mir sogar ein bisschen vorstellen. Es kommt so ein bisschen auch darauf an, spielt ihr denn mit wieder Doppelspitze und einen dahinter oder sagt ihr, wir machen wieder eine Doppelzehn und wer spielt da überhaupt? Das ist für mich so ein bisschen abhängig davon, denn du bist da gut aufgestellt jetzt. Das ist ja, ein Kamada hat ein super Spiel gemacht. Wäre total verrückt, da jetzt Junis zu bringen. Junis ist aber normalerweise auch echt eine Gewalt, die du eigentlich bringen musst. Silva und Jovic haben super harmoniert, war genial. Wir haben vorhin noch das Tor abgefeiert. Also ich glaube eher da vorne ist es tatsächlich dann wirklich problematisch, wo wir sagen müssen, wer die Qual der Wahl, ob dann Rode spielt oder Hasebe spielt, spielt eigentlich nur eine Rolle, wie das Konstrukt so ein bisschen, ja ich sag mal, Hasebe hat einfach eine gewisse Ruhe auch drin, die Rode meiner Meinung nach noch nicht so verkörpert wie ein Hasebe, obwohl ein Rode natürlich für dieses bissige Anlaufen und so weiter. Also hat jeder so seine Vorteile. Dementsprechend, ich bin einfach da vorne eher gespannt, wie wollt ihr denn vorne aufstellen? Also ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass wir gleiche Startaufstellung haben werden wie gegen Wolfsburg, weil ich auch finde, dass du wenig Argumente findest, jetzt einen von den dreien rauszunehmen. Sie haben alle drei Tore gemacht, Kamada hat ein Tor aufgelegt und eins gemacht, Silva hat eins gemacht und aufgelegt, Jovic sagt Hütter selbst, der braucht noch ein bisschen Spielpraxis, um da wieder reinzukommen, jetzt ist er gerade irgendwie im Flow drin, jetzt würdest du ihn wieder rausnehmen, wirkt auch ein bisschen komisch, du könntest es höchstens damit verargumentieren, dass du sagst, okay, wir müssen ein bisschen wechseln, weil das nächste Spiel am Dienstag ja auch schon wieder ansteht und wir vielleicht dann auch wenig Alternativen auf dieser Stürmerposition haben und deswegen da ein bisschen rotieren müssen und der eine ein bisschen Pause kriegt, dass er dafür dann gegen Augsburg wieder ran kann, aber rein subjektiv von den Leistungen, die sie auch im letzten Spiel gezeigt haben, finde ich wenig Argumente gegen eine Doppelspitze und für eine Doppelzehn gerade. Ja, es ist echt schwierig, ich kann es nicht sagen, weil du bist ein Luxusproblem, du siehst einen wieder, ja, einen wieder aufkeimenden Jovic, der zu, der auch ein bisschen ein anderes Spiel für sich gefunden hat, auch ein anderes Spiel entwickelt und jetzt auch trotzdem noch trifft. Auf der anderen Seite hast du halt einen Younes, der halt auch seine Vergangenheit bei Gladbach hat, ne, also der auch vielleicht noch ein paar Prozent jetzt nochmal abrufen kann damit, ich weiß es nicht, das ist eine absolute Luxusentscheidung und am Ende muss, glaube ich, der Trainer sehen, dass er die in diesem Moment richtig trifft, das ist zwar eine, also die können beide Systeme spielen und wer ein bisschen mehr motiviert ist, bei dem ich es ein bisschen mehr anmerke, der spielt, ich glaube, ich kann es aktuell, weil ich auch das Training nicht sehe, ich kann es nicht genau sagen, über die theoretische Spielweise sind wir uns beide alle bewusst und du kannst beide Systeme spielen, es kommt echt drauf an, wie die am Freitag fit sind und wie die Bock drauf haben und wenn ich sehe, dass einer ein bisschen mehr brennt, dann muss ich ihn spielen lassen, weil das eine unfassbar wichtige Partie ist. Ich muss sagen, ein Argument tatsächlich, was René noch gesagt hatte, könnte hier zum Tragen kommen, weil Hütter einfach nicht dafür bekannt ist, dass er häufig und schnell und früh wechselt, dass wir sagen, tatsächlich, wir spielen mit der Doppelzehn, um einfach vorne diese Wechselproblematik nicht zu haben, weiß ich nicht, ob das ein Argument sein könnte, weil du einfach, das hast du jetzt wieder gesehen, ihr habt es ja schon angesprochen, auch in dem Spiel, das ist ja eine Kritik, die wird Hütter immer, glaube ich, von uns bekommen, dass wir denken, meine Güte, warum wechselt er denn da erst in der 89. Minute dann, das ist ja total bekloppt, nee, aber ich denke, dass... Für die zehn hättest du halt noch ein paar Optionen, du hättest noch einen Rustic, der kann die spielen, du hast einen Barkok, du hast einen Super, also da hättest du mehr Alternativen, als du halt tatsächlich im Sturm hast. Das wäre so ein Punkt, dass du einfach sagst, du hast jetzt drei anstrengende Spiele in sieben Tagen, dass du da ein bisschen eine Option, aber trotzdem, ich will es eigentlich, also wenn ich aufstellen dürfte, würde ich sagen, Vollgas, ich will das wieder so sehen, weil es so gut funktioniert hat und falls die dann platt sind, dann wechselst du halt und nimmst im Endeffekt im nächsten Spiel, dann stellst du ein bisschen anders auf. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich finde, ich muss wirklich sagen, René, du hast was Schönes auch gesagt, die Aufstellung, wie sie jetzt war, hat funktioniert gegen Wolfsburg und so können wir normalerweise ja eigentlich in derselben Aufstellung auch gegen Gladbach auftreten. Seitdem, Patricia hat jetzt eine komplett andere Idee, auf die wir alle noch nicht gekommen sind. Nee, ich glaube, ihr habt alles schon gesagt. Also es ist, ja, wie gesagt, Luxusprobleme, schwierig zu entscheiden. Ich weiß nicht, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von der Doppelspitze. mittlerweile. Ich finde auch, Jovic hat sich da jetzt warm gespielt, kommt so rein, man merkt, dass er mehr Spielpraxis hat, dass er seine Rolle gefunden und angenommen hat und mir wird es halt ein bisschen wehtun, ihn auf die Bank zu setzen, einfach weil wir müssen davon ausgehen, dass er im Sommer jetzt zurück nach Spanien, zu Real geht und ich würde halt gerne das Potenzial einfach noch voll ausschöpfen für die Eintracht, bevor er wieder weg ist. Andererseits, klar, wir haben jetzt drei Spiele in Folge, englische Woche, irgendjemand wird irgendwann rotieren müssen, Belastungssteuerung, auch mental, wer ist mental frisch für welches Spiel, wie Marvin schon richtig gesagt hat, wenn jetzt jemand anders mehr brennt für dieses Spiel, dann soll der spielen, dann gehe ich auch mit der Doppelzehn und einem Stürmer. Das muss aber, wie gesagt, auch der Trainer entscheiden, da sind wir alle nicht nah genug dran, wir wissen nicht, wie es aussieht, aber einfach rein vom Gefühl her würde ich halt, also ich hoffe einfach, dass Younes und Kamada uns beide erhalten bleiben und wir beide noch lang genug sehen werden, aber bei Jovic habe ich halt das Gefühl, falls da jetzt nicht irgendwas Außergewöhnliches passiert, ist er dann halt im Sommer wieder weg und ich würde das gerne noch ein bisschen genießen. Ja, da stimme ich sehr zu. Gut. Ja, da stimmen wir glaube ich alle ein, ja. Dann nehmen wir jetzt mal die Aufstellung so und mal gucken, wie es dann tatsächlich wird, wie Marvin zu Recht gesagt hat, der Trainer muss es am Ende entscheiden und dann kommt es ein bisschen drauf an, wer am Freitag mehr Motivation bei dem ganzen Thema zeigt. Ja, und wenn sie es wirklich schaffen, Leute, dann gibt es keine Halt mehr. Wer wird das Ding gewinnen, wenn wir das Ding gewinnen, dann glaube ich wirklich dran. Wer wird das Ding gewinnen, dann ist wirklich, also dann kriegt die Eintracht wirklich alles in diese Saison. Jetzt schauen wir mal, wie gut ihr das hinkriegt, wenn es oben die Ergebnistipps gibt und Marvin, du darfst anfangen. Ja, dann bin ich so der Weise auch wirklich mal bei einem Sieg dabei für die Eintracht. Dann sage ich diesmal ein drängiges 1-0. Patricia. Ich sage 2-1, also auch für die Eintracht. Dennis? Da setze ich sogar noch einen drauf. Ich glaube, der Sturm funktioniert so gut, wir spielen 3-1. Also 1-3. Dennis sagt 1-3 und ich will zu Null spielen und ich will, dass wir Gladbach abschießen und sage deswegen 3-0. Gut. Und dann ist auch jegliche Diskussion über dies, das, Trainer und so weiter beendet. Die Offensive gibt es her, Leute. Das ist wirklich ein kandioser Offensive. Die Offensive gibt es her. Ich hätte gerne, dass Kostic mal wieder ein Tor schießt. Jovic darf noch einschießen und Silva darf auch noch mal ran und dann, das wären doch drei wunderschöne Tore. Super. Alle drei vorgelegt von Kamada, bitte. Dann muss ich nie wieder was sagen und ich mache mit der Zembrine keine Missbildchenwetten mehr. Wir trinken einfach nur so. Bis es nicht mehr geht. So. Jetzt haben wir eine gute Tat hier im Dokument stehen. Da muss ich jetzt einmal hier den Jingle raussuchen und dann kann sich schon mal in der Zwischenzeit derjenige, der sie eingetragen hat, darauf vorbereiten. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles. Zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Er ist ein anständiger Junge. Ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander Respekt verunrufen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Von wem ist diese gute Tat, die dort eingetragen wurde? Ich habe es mal kurz eingetragen und zwar fand ich das total süß. Hört ihr mich noch? Ja. Sehr gut. Und zwar Danny Da Costa, mittlerweile bei Mainz 05 erfolgreich unterwegs. Hat sich da wunderbar eingefunden. Immer sympathischer Spieler gewesen. Gerade noch Leihspieler von der Eintracht. Mal gucken, ob er festverpflichtet wird. Eigentlich würde ja was möglich werden. Jetzt wo Hütter, mit dem er nicht so gut kam, in der nächsten Saison ja nicht mehr da ist. Vielleicht gibt es da auch eine Rückholaktion beziehungsweise kommt er wieder nochmal zurück. Und der hat sich nach dem Spiel gegen den FC Köln mal jemandem vorgenommen. Und zwar den Jonas Hector. Und der war nämlich sehr, sehr frustriert, weil diese enge Partie, diese enge, enge Partie kurz vor Schluss ja verloren gegangen ist. Wo du ja sagen musst, okay, was ist hier los? Dann, Mainzer haben es gewonnen und ein Danny der Koste, der hat sich gedacht, da nehme ich mal mein Herz und setze mich mal zu ihm, rede mit ihm darüber. Den Jonas Hector, der das auch sichtlich angefasst hat, der ja auch Urkölner ist, wirklich dieses Gefühl auch mitträgt. Und die haben natürlich jetzt ein bisschen was zu kämpfen im Abstiegskampf. Fand ich einfach eine schöne Sache und war für mich in diesem Spieltag ja die gute Tat der Woche. Ist mal ein bisschen anders, aber kann man auch mal machen. Ja gut, aber es zeigt halt einfach, dass es nicht immer alles nur dieses Commerz-Thema ist, sondern dass es eben auch, dass man diese Emotionen verstehen kann und das auch würdigen kann, wenn es da halt anderen auch vielleicht nicht so gut geht. Und das kann ich eben auch tun, wenn ich in der anderen Mannschaft spiele. Ja, ich fand, wie gesagt, ich finde, Danny ist immer ein geiler Typ und das ist schon sehr sympathisch. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ist eine wunderbare Gese. Ein bisschen leid tut es mir tatsächlich auch in Köln. Ja, ist krass. Schwierige Situation momentan. Wie gesagt, aber ich glaube, dass der Funkel-Effekt eintreten kann. Du meinst, dass da der Funkel überspringt? Aha. Das war mir jetzt zu spät für den Gag, aber ja. Puh. Nein, 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 nein. Ich habe das vom Herrn Hofmeister gelernt. So Dinge. Ist nie zu spät für einen extrem schlechten Witz. Hättest du liegen lassen können, ja. Ah ja, gut. Nee, es gibt manche Dinge, die kann man einfach nicht liegen lassen. Es tut mir leid. Aber wir haben Empfehlungen. Da geht es, glaube ich, auch um Witze, die man tatsächlich mal liegen lassen könnte oder auch nicht. Dann lasst uns doch mal da noch hinwandern. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Und Patricia darf natürlich auch Dinge empfehlen, aber als erstes Mal habe ich gehört, dir, lieber Marvin, ist langweilig geworden und du hast dir noch ein neues Podcast-Projekt ausgedacht. Und zwar im Haifischbecken heißt der Podcast, ein HR-Podcast, zunächst für acht Folgen. Mal gucken, ob es das, also ihr entscheidet am Ende. Wenn das erfolgreich wird, dann wird es sogar noch weitergehen. Wahrscheinlich müssen wir mal gucken. Aber es sind jetzt erst mal acht Folgen anberaumt. Da reden wir natürlich, wie der Name schon so sagt, über Social Media, über die sozialen Medien. Und in der ersten Folge haben wir uns des Community-Managements genauer mal angenommen und auch unsere Arbeitsweise im Laufe der Jahre so ein bisschen erklärt, weil die Jobbeschreibung Social Media war früher eine ganz andere, als diese heute ist. Natürlich mit sehr, sehr viel Mehraufwand im Community-Management, in der Betreuung, in der dialogischen Betreuung. Und auch die Fallstricke und auch wie wir jetzt damit umgehen, auch weil es natürlich sehr viele krasse Kommentare mittlerweile gibt, haben wir mal ein bisschen beleuchtet in unserem neuen Projekt. Das ist die erste Folge im Haifischbecken der Social Media Podcast und wir werden in den folgenden Wochen und Monaten auch immer mal konkrete Beispiele herannehmen und einzelne Phänomene, Phänomene jetzt ein bisschen viel gesagt, aber ihr wisst, was ich meine, einzelne Fälle genauer besprechen, auch wie wir umgegangen sind, auch welche Fehler wir machen, weil es ist ganz klar, man macht nie immer alles perfekt und manchmal stellen wir uns auch die Frage, hätten wir da anders reagieren müssen? Und auch die Frage, die sich immer wieder stellt, Täter-Nennung, auch Herkunft, so Sachen, so aus dem Presse-Kodex, die werden uns auch öfter mal gestellt, warum entscheiden wir uns hier so, warum entscheiden wir uns da so, das kann alles vorkommen und ganz ehrlich, liebe Leute, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Anregungen habt, thematische Anregungen oder gerade Fragen, wir machen auch immer einen eigenen Bereich, dann immer gerne socialmedia at hr.de und dann im Titel dann im Haifischbecken reinschreiben und dann gehen die Fragen direkt an uns durch und dann würden die auch schon in der nächsten Woche beziehungsweise, ja, nächste Woche nehmen wir wieder auf, thematisiert werden, also zögert nicht. Sehr schön. Klingt nach einem extrem spannenden Thema. Ich habe vorhin schon auf Twitter gesehen, als du es angekündigt hast und dachte mir so, ja, pack da noch einen Podcast drauf, aber ich habe trotzdem die erste Folge direkt runtergeladen, ist glaube ich in der ADAT, ARD, mein Gott, Audiothek zu finden, aber auch in jedem gut sortierten Podcatcher einfach nach Haifischbecken suchen und dann... Das hoffe ich jetzt auch. Da haben wir nämlich noch Probleme gehabt. Ich habe zumindest vorhin, als ich bei Overcast gesucht habe, die ja auch auf das iTunes Verzeichnis zurückgreifen, relativ easy gefunden, erste Folge direkt da runtergeladen. Also wenn ihr nicht genug von Marvin in einem der 1200 anderen Projekte findet, dann habt ihr jetzt noch ein 1200 und einstes. Ja, wobei großer Vorteil, ich bin ja weiß Gott nicht alleine, also wir haben immer eine Experte oder eine Expertin und die wunderbare Lisa, auch Kollegin in der Redaktion, hat auch nochmal ein bisschen einen anderen Werdegang, auch nochmal eine ganz andere Sicht der Dinge, die ist dann dementsprechend mit mir hauptverantwortlich dafür, also keine Angst, ist nicht nur mein Gebabble am Start. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich würde kurz weitermachen, bevor wir zu dem lustigen Thema kommen, weil ich auch noch eine Podcast-Empfehlung habe, wenn es recht ist. Hallo. Und zwar aus der Reihe Holger ruft an, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Holger Klein, auch Radiomoderator bei Fritz, hat auch eine Vergangenheit, auch glaube ich bei ARD, macht seit Jahren auch Podcast, arbeitet jetzt zusammen mit den Kollegen von Übermedien, die wir ja glaube ich auch schon das ein oder andere Mal hier empfehlt haben oder empfohlen haben so, und macht immer regelmäßig einen Podcast, Holger ruft an, wo er eben Menschen aus, eigentlich aus der Übermedien-Redaktion anruft und über verschiedene Themen spricht. Und diese Woche hat er mal mit einem anderen Gesprächspartner gesprochen, nämlich mit Karl Giersthofer, das ist der Filmemacher, der diese Charité-Doku gemacht hat. Oh, krass. Also er hat, die Doku geht eben in der Charité über die Intensivstation 43, wo eben die ganzen schwer kranken Lungenfälle auch hinkommen, wo man also viel Leid miterlebt, die er tatsächlich dort alleine gedreht hat. Aus dem Grund wurde er damals auch gewählt, weil er eben einer der wenigen Menschen ist, die sowohl Regisseur als auch Technik als auch Ton quasi machen können. Er hatte auch durchaus Erfahrung, weil er schon Dokumentationen in Afrika über HIV und Ebola und so weiter gedreht hat und war eben mehrere Monate dort auf der Charité und hat diese Intensivstation mit begleitet. Ich habe bewusst diese Doku nicht gesehen, weil ich es wahrscheinlich nicht geschafft hätte, sie zu Ende zu gucken. Ich habe diesen Podcast gehört. Ich sage euch direkt, er ist keine leichte Kost. Allein beim Erzählen darüber kann man Rotz und Wasser heulen, aber ich finde es wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich finde, dass das ganze Ärzte und Pflege und Pflegerinnenpersonal zu wenig Aufmerksamkeit in diesem Thema gerade bekommt. Geht eine knappe Stunde, sollte man sich anhören, aber wenn ihr nah am Wasser gebaut seid, legt euch Taschentücher hin. Das ist allein von den Geschichten, die ihr erzählt, ist es echt hart belastend. Aber ein wichtiges Thema. Jetzt müssen wir irgendwie die Überleitung zu dem anderen Thema schaffen. Wir haben natürlich nicht nur traurige und informative Themen, wir haben auch lustige Dinge. Und ich habe jetzt das Gefühl, Dennis hat die nächste Empfehlung dort eingetragen. Ja, ich bin endlich dazu gekommen, nachdem es mir einige Leute empfohlen hatten, auf Amazon Prime die Sendung LOL Last One Laughing zu gucken von Bully Herbig, von und mit, muss man ja sagen. Also ich weiß nicht, habt ihr es schon gesehen? Nur die ersten drei Folgen. Ich habe Folge vier noch offen. Oh, also ein tolles Format. Es sind im Endeffekt Prominente, die wir alle kennen aus der Comedianszene. Mirko Nonschef, Anke Engelke, Barbara Schöneberger, um mal ein paar zu nennen, die im Endeffekt in einem, ich nenne es jetzt mal, Wohnzimmer zusammen eingesperrt sind für sechs Stunden. und alle dürfen so viel machen, wie sie wollen. Das Einzige, was sie nicht machen dürfen, ist lachen. Und sie haben zwei Versuche immer und wenn sie zweimal erwischt wurden beim Lachen, das wird alles per Kamera natürlich aus verschiedenen Winkeln auf, müssen sie, werden sie im Endeffekt einmal verwarnt sozusagen und beim zweiten Mal müssen sie dieses Spiel verlassen. Und ja, wie der Name schon sagt, der Letzte gewinnt und es ist sehr witzig, es sind viele Bekannte, die man dann nicht gesehen hat. Nein, hat wirklich Spaß gemacht, jetzt die ersten vier Folgen zu gucken, kommt immer Donnerstags, in Doppelfolge kommt Donnerstags dann raus und ja, also ich glaube, Staffel 1 wird wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob es auf sechs Folgen dann oder acht Folgen, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele es am Ende sein werden. Sechs, okay. Und also, klingt sehr spannend, klingt sehr gut, also sah bis jetzt auch sehr gut aus, was ich gesehen habe und kann ich nur empfehlen. Also gerade, wenn man wieder was zum Lachen braucht, es sind natürlich die plumpesten Witze und man merkt einfach, umso weniger aufwendig so ein Witz ist und als nur ein Beispiel werden Furzgeräusche nachgemacht und da schmeißt du dich vom Fernseher fast schon weg und die Leute drin, merkst du, wie kindisch die Leute doch noch drauf sind. Die meisten fallen dann darauf rein, auch wenn ein Witz super aufwendig ist, der ist nicht so gut und reiht den Körper nicht dazu, so zu lachen, wie es im Endeffekt dann so ein ganz plumper Witz wie es so ein ganz plumper Witz dann tut. Also es ist sehr, 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 sehr amüsant auch zuzuschauen und ich muss wirklich sagen, ein schönes Format hat mir bis jetzt gut gefallen. Also meine Empfehlung auf jeden Fall, wenn man wieder was zum Lachen braucht. Und es ist tatsächlich weniger Fremdschirmfaktor drin, als ich gedacht hatte, am Anfang habe ich auch gedacht, so ja super, dann hast du halt auch irgendwie großes, zehn Comedians, hast du großen Fremdschirmfaktor, aber ist es tatsächlich gar nicht. So ein paar Dinger dabei sind halt ernsthaft nicht lustig, aber so ein paar Dinger sind schon tatsächlich lustig und wenn du einfach siehst, wie sie sich dann da zurückhalten. Also mein Highlight kann ich vielleicht auch kurz, ich kann es sagen, ohne zu viel zu verraten, Mirko Nonschef, den man ja durchaus noch kennt aus früheren Zeiten, der ja auch sehr bekannt ist dafür, sehr viel mit Geräuschen und Akustik zu machen, der sich dann zurückhalten muss und nicht lachen darf, wenn da eine Pantomime ist, die mit genau diesem Stilmittel eben mit diesen Geräuschen da arbeitet und wenn du siehst, wie die Leute da zum Teil leiden, bei eben nicht lachen, ist das schon irgendwie zum Teil sehr lustig. Ist auch kein, also ist jetzt keine deutsche Erfindung, so wie ich das verstanden habe, sondern ist eine Adaption von irgendwie einer amerikanischen, nee, nicht amerikanisch, primäre Fassung und das ist eben das deutsche Pendant dazu. Also gibt es kostenfrei auf Amazon Prime, ist durchaus lustig und die Folgen sind eine halbe Stunde, kann man mal reingucken. Das ist das Wichtigste, genau. Klingt gut. Yes, yes, yes. Patricia, hast du noch was? Nee, tatsächlich nicht, aber ich glaube, ihr habt das schon ganz gut gefüllt. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier den Sack zu für diese Woche. Es war wie zu erwarten, war eine etwas längere Sendung. Dem einen oder anderen wird aufgefallen sein, wir haben jetzt gesagt, es ist eine englische Woche, am Dienstag spielt die Eintracht gegen Augsburg. Wir haben dieses Spiel jetzt nicht thematisiert. Ich habe aber aus gut berichteten Kreisen gehört, dass die Kollegen von Fußball 2000 da eventuell am Dienstag eine Live-Begleitung in Betracht ziehen könnten. Oh ja. Von daher schlabbern wir das jetzt. Ihr könnt euch dann einfach am Dienstag die Live-Begleitung der Kollegen dort abholen und ich bin mir ziemlich sicher, Marvin, ihr macht auch am Montag eine reguläre Folge, oder? Ich glaube, wir werden auf jeden Fall am Montag was Kleines machen und am Dienstag geht es richtig rund, ja. Sehr schön. Dann habt ihr dort noch mal alles, was ihr aktuell nach dem Gladbach-Spiel und vor, während und mittendrin zu dem Augsburg-Spiel wissen müsst. Wir werden uns dann sehr wahrscheinlich Mittwoch oder Donnerstag zurückmelden und über Augsburg sprechen und so ein bisschen nach vorne gucken. Termin noch nicht genau bekannt. Von daher behaltet mal unsere Social Media im Auge. Ich verspreche auch, den Kalender diesmal ein bisschen früher zu füllen, als es in den letzten Tagen getan habe und dann können wir hier gerne wieder live mitschreiben, mithören und werden auf jeden Fall dann über die vergangenen Spiele sprechen und einen Blick nach vorne werfen auf dieses Leverkusen-Spiel, was dann da kommt. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderbar angenehme Restwoche, ein schönes Fußballwochenende, einen schönen Fußballdienstag und melden uns dann danach in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.